Kapitel 1 Adam, Zed, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yaret, Henoch, Methuselach, Lamech, Noa, Semham, Japheth. Die Söhne Japheths sind diese. Gomer, Magok, Madai, Javan, Tubal, Meshech, Tiras. Die Söhne Gomerzs aber sind Ashkenaz, Rifat, Togarmah. Die Söhne Javans sind Elisha, Tarsis, die Kittiter, die Rodaniter. Die Söhne Hams sind Kusch, Mitzrahim, Put, Kanaan. Die Söhne von Kusch aber sind Seba, Hevila, Sabta, Raghma, Sabtecha. Die Söhne Raghmas aber sind Saba und Dedan. Kusch aber zeugte Nimrod. Der war der erste, der Macht gewann auf Erden. Mitzrahim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter, die Patrusiter, die Kasluhiter und die Kaftoriter, von denen die Philister ausgegangen sind. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Heth und den Jebusiter, den Amoriter, den Girgaziter, den Heviter, den Arkiter, den Siniter, den Arvaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Die Söhne Sems sind diese. Elam, Assur, Arpachschat, Lut, Aram. Und die Söhne Arams sind Utz, Hul, Getheer und Masch. Arpachschat aber zeugte Shelach, Shelach zeugte Eber. Eber aber wurden zwei Söhne geboren. Der eine hieß Pelek, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde, und sein Bruder hieß Joktan. Joktan aber zeugte Almudat, Schalef, Hatzarmavit, Jerach, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sabah, Ophir, Hevila und Jobab. Diese alle sind Söhne Joktans. Semm, Arpachschat, Shelach, Eber, Pelek, Regu, Seruk, Nahor, Tara, Abram. Das ist Abraham. Die Söhne Abrahams aber sind Isaak und Ismael. Und dies ist ihr Geschlecht. Der erstgeborene Ismaels, Nebajot, Ferna Kedar, Adbeel, Mipsam, Mishma, Duma, Massah, Hadat, Thema, Jetur, Nafish, Kedma. Das sind die Söhne Ismaels. Aber die Söhne Keturas, der Nebenfrau Abrahams, sie gebar Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jishbak, Shuach. Die Söhne Jokschans aber sind Saba und Dedan. Und die Söhne Midians sind Eva, Efer, Henoch, Abida, Heldah. Diese alle sind Söhne der Ketura. Abraham zeugte Isaak. Die Söhne Isaaks aber sind Esau und Israel. Die Söhne Esaus sind Eliphas, Reguel, Jehush, Jalam, Korah. Die Söhne des Eliphas sind Teman, Oma, Zepho, Gaetam, Kenas, Timna, Amalek. Die Söhne Reguels sind Nahat, Serach, Shama und Misa. Die Söhne Seirs sind Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Die Söhne Lotans sind Hori, Hemam und Timna war eine Schwester Lotans. Die Söhne Schobals sind Alvan, Manahat, Ebal, Shephi, Onam. Die Söhne Zibons sind Aya und Ana. Der Söhne Anas, Dishon. Die Söhne Dishons sind Hemdan, Eshban, Jitran, Keran. Die Söhne Ezers sind Bilhan, Zahaban, Akan. Die Söhne Dishans sind Ut und Aran. Dies sind die Könige, die im Lande Edom regiert haben, ehe in Israel ein König regierte. Bela, der Sohn Beors und seine Stadt hieß Dinhabar. Und als Bela starb, wurde König an seiner Stadt Jobab, der Sohn Serachs von Botsra. Und als Jobab starb, wurde König an seiner Stadt Huscham, aus dem Lande der Temaniter. Als Huscham starb, wurde König an seiner Stadt Hadad, der Sohn Bedad, der die Midianiter schlug, auf dem Felde der Moabiter. Und seine Stadt hieß Avid. Als Hadad starb, wurde König an seiner Stadt Sammler von Masrek. Als Sammler starb, wurde König an seiner Stadt Saul von Rehoboth am Strom. Als Saul starb, wurde König an seiner Stadt Baal-Hanan, der Sohn Achbors. Als Baal-Hanan starb, wurde König an seiner Stadt Hadad, und seine Stadt hieß Pagu. Und seine Frau hieß Mehetabel, eine Tochter Matriz, die Mesahabs Tochter war. Und als Hadad starb, waren Fürsten von Edom, Fürst Timna, Fürst Alva, Fürst Jetet, Fürst Oholibama, Fürst Ela, Fürst Pinon, Fürst Kenas, Fürst Teman, Fürst Mipzar, Fürst Magdiel, Fürst Airam. Das sind die Fürsten von Edom. Kapitel 2 Dies sind die Söhne Israels. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad, Aser. Die Söhne Judas sind Ger, Onan, Shela. Diese drei wurden ihm geboren von der Kanaaniterin, der Tochter Schuas. Der aber, der erstgeborene Judas, war böse vor dem Herrn, darum ließ er ihn sterben. Tamar aber, seine Schwiegertochter, gebar ihm Peretz und Serach, sodass die Söhne Judas zusammen fünf waren. Die Söhne des Peretz sind Hetzron und Hamul. Die Söhne Serachs aber sind Simri, Ethan, Heman, Kalkol, Dara. Das sind zusammen fünf. Der Sohn Karmis ist Achan, der Israel ins Unglück brachte, als er sich am Gebannten vergriff. Der Sohn Ethans ist Asaria. Die Söhne Hetzrons aber, die ihm geboren wurden, sind Jerachmeel, Ram, Kelubai. Ram aber zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon, den Fürsten von Judah. Nachschon zeugte Salma, Salma zeugte Boas. Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai. Isai zeugte seinen erstgeborenen Eliab, Abinadab als zweiten Sohn, Schima als dritten, Nathanael als vierten, Radai als fünften, Ozem als sechsten, David als siebenten. Und ihre Schwestern waren Zeruja und Abigal. Die Söhne der Zeruja sind Abizai, Joab, Hazahel, diese drei. Abigal aber gebar Amasa. Der Vater Amasas aber war Jeter, ein Ismailiter. Kaleb, der Sohn Hetzrons, zeugte mit Asuba seiner Frau die Jerigoth. Und dies sind ihre Söhne. Jescher, Shobab und Ardon. Als aber Asuba starb, nahm Kaleb Ephrathah. Die gebar ihm Hur. Hur zeugte Uri. Uri zeugte Bezalil. Danach kam Hetzron zu der Tochter Machias des Vaters Gileads, und er nahm sie, als er sechzig Jahre alt war, und sie gebar ihm Segub. Segub aber zeugte Jair. Der hatte dreiundzwanzig Städte im Lande Gilead. Aber die Geschuriter und Aramäer nahmen ihnen die Dörfer Jairz, dazu Kenat mit seinen Ortschaften sechzig Städte. Diese alle sind Söhne Machias des Vaters Gileads. Nach dem Tode Hetzrons kam Kaleb zu Ephrathah, der Frau Hetzrons seines Vaters, und sie gebar ihm Aschur, den Vater Tekoas. Jairachmeel, der erstgeborene Hetzrons, hatte Söhne, dem erstgeborenen Ram, Ferner Buna, Oran, Ozem, Rahia. Und Jairachmeel hatte noch eine andere Frau, die hieß Atara. Die ist die Mutter Onams. Die Söhne Rams des erstgeborenen Jairachmeels sind Maaz, Jamin und Eker. Aber Onam hatte Söhne Shammai und Jada. Die Söhne Shammais aber sind Nadab und Abishur. Die Frau Abishurs aber hieß Abi Heil. Die gebar ihm Achban und Molid. Die Söhne Nadabs aber sind Selet und Apayim. Und Selet starb ohne Söhne. Der Sohn Apayims ist Jeschi. Der Sohn Jeschis ist Sheshan. Der Sohn Sheshans ist Achlai. Aber die Söhne Jadas des Bruders Shammais sind Jeter und Jonathan. Jeter aber starb ohne Söhne. Die Söhne Jonathans aber sind Pelet und Sasa. Das sind die Söhne Jerachmeels. Sheshan aber hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und Sheshan hatte einen ägyptischen Knecht, der hieß Jarha. Und Sheshan gab seinem Knecht Jarha seine Tochter zur Frau. Die gebar ihm Atai. Atai zeugte Nathan. Nathan zeugte Sabbat. Sabbat zeugte Eflal. Eflal zeugte Obed. Obed zeugte Jehu. Jehu zeugte Azaria. Azaria zeugte Heletz. Heletz zeugte Elasa. Elasa zeugte Sisamai. Sisamai zeugte Shalom. Shalom zeugte Yekamja. Yekamja zeugte Elishame. Die Söhne Kalebs des Bruders Jerachmeels sind Mescha, sein Erstgeborener, der Vater Sifs, und die Söhne Mareshas, des Vaters Hebrons. Die Söhne Hebrons aber sind Korah, Tapuach, Rekem und Shema. Shema aber zeugte Raham, den Vater Jorko Ams. Rekem zeugte Shammai. Der Sohn Shammais aber hieß Maun, und Maun war der Vater Beth-Zurs. Eva aber, die Nebenfrau Kalebs, gebar Haran, Moza und Gazes. Haran aber zeugte Gazes. Die Söhne Yachtais aber sind Regem, Jotham, Geschan, Pelet, Eva und Sha'af. Maacha aber, die Nebenfrau Kalebs, gebar Shebeah und Tirhana, und gebar auch Sha'af, den Vater Madmanas, und Sheva, den Vater Machbenas, und den Vater Gibeahs. Aber Achsa war Kalebs Tochter. Dies waren die Söhne Kalebs. Die Söhne Huos, des Erstgeborenen von der Ephrathah, waren Shobal, der Vater Kiryat-Jerims, Salma, der Vater Bethlehems, Haref, der Vater Beth-Gadirs. Und Shobal, der Vater Kiryat-Jerims, hatte Söhne, Reaya und die Hälfte der Manachtiter. Die Geschlechter von Kiryat-Jerim aber waren die Jitriter, Put-Hiter, Schumathiter und Mischraiter. Von diesen sind ausgegangen die Zorathiter und Eshtaoliter. Die Söhne Salmas sind Bethlehem und die Netophatiter, Atarot-Beth-Joab und die Hälfte der Manachtiter, das sind die Zorathiter. Und die Geschlechter der Schreiber, die in Jabeth wohnten, sind die Kiratiter, Schumathiter, Suchathiter. Das sind die Kiniter, die da gekommen sind von Hamad, dem Vater des Hauses Rechab. Kapitel 3 Dies sind die Söhne Davids, die ihm zu Hebron geboren sind. Der erstgeborene Amnon, von Ahinoam, der Jesreeliterin. Der zweite Daniel, von Abigail, der Karmeliterin. Der dritte Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur. Der vierte Adonia, der Sohn der Haggit. Der fünfte Shephatia, von der Abital. Der sechste Jitream, von seiner Frau Eglah. Diese sechs sind ihm geboren in Hebron. Denn er regierte dort sieben Jahre und sechs Monate. Aber zu Jerusalem regierte er dreiunddreißig Jahre. Und diese sind ihm geboren zu Jerusalem. Shamua, Shobab, Nathan, Salomo. Diese vier von Bad Shua, der Tochter Amiels. Dazu Jepa, Elishama, Elifelet, Noga, Nefek, Japhia, Elishama, Eljada, Elifelet. Diese neun. Das sind alles Söhne Davids. Außer den Söhnen der Nebenfrauen. Und Tamar war ihre Schwester. Salomos Sohn war Rehabiam. Dessen Sohn war Abia. Dessen Sohn war Asa. Dessen Sohn war Josaphat. Dessen Sohn war Joram. Dessen Sohn war Ahasja. Dessen Sohn war Joas. Dessen Sohn war Amatia. Dessen Sohn war Asaria. Dessen Sohn war Jotham. Dessen Sohn war Ahas. Dessen Sohn war Hiskia. Dessen Sohn war Manasse. Dessen Sohn war Amon. Dessen Sohn war Josiah. Josiahs Söhne aber waren der erstgeborene Johannan, der zweite Sohn Jojakim, der dritte Zedekiah, der vierte Shalom. Aber die Söhne Jojakims waren Jehonja und Zedekiah. Die Söhne Jehonjas, der gefangen wurde, waren Sealtiel, Malkiram, Pedaya-Shenatsa, Jekamja, Hoschama, Nedabja. Die Söhne Pedayas waren Zerubabel und Simei. Die Söhne Zerubabels waren Meshulam und Hanania und ihre Schwester war Shelomit. Fernaha Shuba, Guhel, Berechia, Hasadia, Yusha Peset, diese fünf. Die Söhne Hananias aber waren Pelatia, Jesaja, Rephaya, Arnan, Obatia, Shechania. Die Söhne Shechanias aber waren Shemaya, Hattush, Jigal, Bariach, Nearia, Shafat, diese sechs. Die Söhne Nearias aber waren Elioinai, Hiskia, Asrikam, diese drei. Die Söhne Elioinais aber waren Hodavia, Eliashib, Pelaya, Akub, Johannan, Delaya, Anani, diese sieben. Kapitel 4 Die Söhne Judas waren Peretz, Petzron, Karmi, Hur und Shobal. Reaya aber, der Sohn Shobals, zeugte Jahat. Jahat zeugte Ahumai und Lahat. Das sind die Geschlechter der Zorathiter. Und dies sind die Söhne Huos des Vaters Ethams, Jesreel, Jeschma, Yitbash. Und ihre Schwester hieß Hatzlel Poni. Und Knuel, der Vater Gedors, und Eser, der Vater Hushas. Das sind die Söhne Huos des Erstgeborenen der Ephrathah, des Vaters Bethlehems. Aschur aber, der Vater Tekoas, hatte zwei Frauen, Hela und Naara. Und Naara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temni und den Ahashtariter. Das sind die Söhne Naaras. Aber die Söhne Helas waren Zeret, Zohar, Etnan und Kotz. Kotz aber zeugte Anub und Hatzobeba. Die Geschlechter Ahar-Hils des Sohnes Harums, Jabez, war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest, und deine Hand mit mir wehre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Kalub aber, der Bruder Schuhas, zeugte Mehir, der ist der Vater Eshtons. Eshton aber zeugte Bet-Rapha, Haseach und Tehina, den Vater der Stadt Nahasch. Das sind die Männer von Recha. Die Söhne des Kenas waren Ottniel und Seraia. Die Söhne Ottniels aber waren Hathat und Meonothai. Und Meonothai zeugte Ophra. Und Seraia zeugte Joab, den Vater des Tals, der Zimmerleute, denn sie waren Zimmerleute. Die Söhne Kalebs des Sohnes Jephunnes aber waren Iru, Ela und Naam. Und der Sohn des Ela, Kenas. Die Söhne Jehallelils aber waren Sif, Sifa, Tyria und Azaril. Die Söhne Esras aber waren Jeter, Meret, Eva und Jalon. Und Jeter zeugte Miriam, Schamai, Jespach, den Vater Eshtimoas. Und seine jüdische Frau gebar Jered, den Vater Gedors, Heber, den Vater Sochos, Jekutiel, den Vater Sanoachs. Auch Betya, die Tochter des Pharao, die Meret nahm, hatte Söhne. Die Söhne der Frau des Hodiyah, der Schwester Nahams, des Vaters Kegilas, waren Hagarmi und Eshtimoa, der Maachatiter. Die Söhne Shimons waren Amnon und Rina, Ben-Hanan und Tilon. Die Söhne Jeschis waren Sohit und Ben-Sohit. Die Söhne Schelas aber des Sohnes Judas waren Ger, der Vater Lechas, Lada, der Vater Mareschas und die Geschlechter der Leinweber von Bet-Aschbea. Dazu Jochim und die Männer von Koseba und Joas und Saraf, die da Herren waren über Moab. Und sie kehrten nach Bethlehem zurück, wie die alte Rede lautet. Sie waren Töpfer und wohnten in Netaim und Gedera bei dem König. In seinem Dienst wohnten sie dort. Die Söhne Simeons waren Jemuel, Jamin, Jarib, Serach, Saul. Dessen Sohn war Shalom. Dessen Sohn war Mipsam. Dessen Sohn war Mishma. Die Söhne Mishmas aber waren Hamuel, Sakur, Shimi. Und Shimi hatte 16 Söhne und 6 Töchter. Aber seine Brüder hatten nicht viel Kinder. Und ihr ganzes Geschlecht mehrte sich nicht so wie die Söhne Judas. Sie wohnten aber zu Be'er-Seba, Molada, Hazar-Schual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklak, Bet-Markabot, Hazar-Susa, Bet-Biri, Sha'arayim. Das waren ihre Städte bis auf den König David. Etam, Ayin, Rimon, Tochen, Aschan, die fünf Orte, dazu ihre Gehöfte. Und alle Gehöfte, die um diese Orte herlagen, bis nach Baal. Dort wohnten sie und sie hatten ihr eigenes Geschlechtsregister. Und Meshobab, Yamlech, Joscha, der Sohn Amazias, Joel, Jehu, der Sohn Josibias, des Sohnes Seraias, des Sohnes Asiels, El-Joenai, Jaakoba, Jeshohaja, Asaja, Adiel, Ismael und Benaja, Sisa, der Sohn Schiffis, des Sohnes Alons, des Sohnes Jedaias, des Sohnes Shimris, des Sohnes Shemayas. Diese, die mit Namen genannt sind, waren Fürsten in ihren Geschlechtern, und ihre Sippen breiteten sich sehr aus. Und sie zogen hin nach Gedor, bis östlich des Tals, um Weide zu suchen für ihre Schafe, und fanden fette und gute Weide und ein Land weit an Raum, still und ruhig. Denn früher wohnten dort die von Hamm. Und diese mit Namen genannten kamen zur Zeit Hiskias, des Königs von Judah, und fielen her über die Zelte Hams und über die Meuniter, die sie dort fanden, und vollstreckten den Bann an ihnen bis auf diesen Tag und wohnten an ihrer Stadt. Denn dort war Weide für ihre Schafe. Auch gingen von ihnen, von den Söhnen Simeons, 500 Männer zum Gebirge Seir, Pelatia, Nearia, Rephaia und Usiel, die Söhne Jeschis, an ihrer Spitze, und sie erschlugen, die übrig geblieben waren, von den Entronnenen der Amalekiter und wohnten dort bis auf diesen Tag. Kapitel 5 Die Söhne Rubens, des erstgeborenen Israels, denn er war zwar der Erstgeborene, aber weil er seines Vaters Bett entweite, wurde sein Erstgeburtsrecht gegeben, den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, doch wurde er nicht in das Geschlechtsregister als Erstgeborener aufgezeichnet, denn Judah war mächtig unter seinen Brüdern, und einem aus seinem Stamm wurde das Fürstentum gegeben, Josef aber erhielt das Erstgeburtsrecht. Die Söhne Rubens, des erstgeborenen Israels, sind Henoch, Palu, Hetzron und Carmi. Die Söhne Joels aber waren Shemaja, dessen Sohn war Gok, dessen Sohn war Shimi, dessen Sohn war Micha, dessen Sohn war Reaia, dessen Sohn war Baal, dessen Sohn war Beera, den Tiglat-Pileser, der König von Assur, gefangen wegführte. Er aber war ein Fürst der Rubeniter. Aber seine Brüder nach ihren Geschlechtern, wie sie in das Geschlechtsregister aufgezeichnet wurden, waren, Jeiel, der Erste, und Zacharia, und Bela, der Sohn des Asas, des Sohnes Shemas, des Sohnes Joels. Der wohnte zu Aroer und bis nach Nebo und Baal-Meon, und wohnte nach Osten zu bis an die Wüste am Euphrat-Strom, denn sie hatten viel Vieh im Lande Gilead. Und zur Zeit Sauls führten sie Krieg gegen die Hagariter, und diese fielen durch ihre Hand, und sie wohnten in deren Zelten auf der ganzen Ostgrenze von Gilead. Die Söhne Gat aber wohnten ihnen gegenüber im Lande Basan bis nach Salcha, Joel, der Erste, und Schafam, der Zweite, ferner Janai und Schafat in Basan. Und ihre Brüder nach ihren Sippen waren Michael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jakan, Sia und Eber, diese sieben. Das sind die Söhne Abihails, des Sohnes Huris, des Sohnes Jaroachs, des Sohnes Gileads, des Sohnes Michaels, des Sohnes Jeschischais, des Sohnes Jachtos, des Sohnes des Bus. Ahi, der Sohn Abdiels, des Sohnes Gunis, war eins ihrer Sippenhäupter. Und sie wohnten zu Gilead in Basan und in seinen Ortschaften und in allen Fluren Scharons bis an ihre Enden. Diese wurden alle aufgezeichnet zur Zeit Jothams, des Königs von Judah, und Jerobeams, des Königs von Israel. Von den Rubenitern, den Gaditern und dem halben Stamm Manasse zählten die streitbaren Männer, die Schild und Schwert führen und Bogenspannen konnten und kriegskundig waren, 44.760, die in den Kampf ziehen konnten. Und sie kämpften gegen die Hagariter und gegen Jetur, Nafisch und Nodab. Und es wurde ihnen geholfen gegen sie, und die Hagariter wurden in ihre Hände gegeben und alle, die mit ihnen waren. Denn sie schrien zu Gott im Kampf, und er ließ sich erbitten, denn sie vertrauten ihm. Und sie führten weg ihr Vieh, 50.000 Kamele, 250.000 Schafe, 200.000 Esel und 100.000 Menschen. Dazu waren viele erschlagen, liegen geblieben, denn der Krieg war von Gott. Und sie wohnten an ihrer Stadt bis zur Zeit, wo sie gefangen weggeführt wurden. Der halbe Stamm Manasse aber wohnte im Lande von Basan bis Baal Hermon und bis zum Senir und bis zum Berg Hermon. Und ihrer waren viele. Und dies waren die Häupter ihrer Sippen. Efer, Jeschi, Eli-El, Asri-El, Jeremia, Hodafia, Yacht-El, gewaltige Männer und berühmte Sippen-Häupter. Da sie sich aber an dem Gott ihrer Väter versündigten und abfielen zu den Götzen der Völker des Landes, die Gott vor ihnen vertilgt hatte, erweckte der Gott Israels den Geist des Pul, des Königs von Assyrien, und den Geist Tiglat-Pilesas, des Königs von Assyrien, und er führte weg die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse und brachte sie nach Helach und an den Habor und nach Hara und an den Fluss Gosan bis auf diesen Tag. Die Söhne Levis waren Gerson, Kehat und Merari. Die Söhne Kehats aber waren Amram, Jezar, Hebron und Usiel. Die Söhne Amrams waren Aaron und Mose, dazu Miriam. Die Söhne Aarons waren Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Eleazar zeugte Pinhas. Pinhas zeugte Abishua. Abishua zeugte Buki. Buki zeugte Uzi. Uzi zeugte Serachia. Serachia zeugte Merayot. Merayot zeugte Amaria. Amaria zeugte Ahitub. Ahitub zeugte Tzadok. Tzadok zeugte Ahimaaz. Ahimaaz zeugte Azaria. Azaria zeugte Johannan. Johannan zeugte Azaria, das ist der, der Priester war im Tempel, den Salomo gebaut hatte, zu Jerusalem. Azaria zeugte Amaria. Amaria zeugte Ahitub. Ahitub zeugte Tzadok. Tzadok zeugte Shalom. Shalom zeugte Hilkia. Hilkia zeugte Asaria. Asaria zeugte Seraia. Seraia zeugte Jotzadak. Jotzadak aber wurde mit weggeführt, als der Herr Judah und Jerusalem durch Nebukadnezar gefangen wegführen ließ. Kapitel 6 Die Söhne Levis sind diese, Gerson, Kehat, Merari. So heißen aber die Söhne Gersons, Libni und Simei. Aber die Söhne Kehatz heißen Amram, Jitzha, Hebron und Usiel. Die Söhne Meraris heißen Machli und Muschi. Das sind die Geschlechter der Leviten nach ihren Sippen. Gersons Sohn war Libni, dessen Sohn war Jahat, dessen Sohn war Sima, dessen Sohn war Joach, dessen Sohn war Ido, dessen Sohn war Serach, dessen Sohn war Jeotrei. Kehatz Sohn aber war Aminadab, dessen Sohn war Korah, dessen Sohn war Asir, dessen Sohn war Elkanah, dessen Sohn war Abiasaf, dessen Sohn war Asir, dessen Sohn war Tahat, dessen Sohn war Uriel, dessen Sohn war Usia, dessen Sohn war Saul. Die Söhne Elkanas waren Amazan, Zahai und Ahimot, dessen Sohn war Elkanah, dessen Sohn war Zophai, dessen Sohn war Nahat, dessen Sohn war Eliab, dessen Sohn war Jeroham, dessen Sohn war Elkanah, dessen Sohn war Samuel. Und die Söhne Samuels waren der erstgeborene Joel und der zweite Sohn Abia. Meraris Sohn war Machli, dessen Sohn war Libni, dessen Sohn war Zimei, dessen Sohn war Usa, dessen Sohn war Shima, dessen Sohn war Hagia, dessen Sohn war Asaya. Dies sind aber die, welche David bestellte, um im Hause des Herrn zu singen, als die Lade zur Ruhe gekommen war. Und sie dienten vor der Wohnung der Stiftshütte mit Singen, bis Salomo das Haus des Herrn baute zu Jerusalem und taten ihren Dienst nach ihrer Ordnung. Diese sind es, die des Amtes walteten und ihre Söhne. Von den Söhnen Kehat war Heman, der Sänger, der Sohn Joels, des Sohnes Samuels, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Jerohams, des Sohnes Eliels, des Sohnes Toachs, des Sohnes Zufs, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Mahats, des Sohnes Amazais, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Joels, des Sohnes Azarias, des Sohnes Zephanias, des Sohnes Tahats, des Sohnes Asias, des Sohnes Abiyasafs, des Sohnes Koras, des Sohnes Jitzhas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels. Und sein Bruder Asaf stand zu seiner Rechten. Des Sohnes Simeis, des Sohnes Jahats, des Sohnes Gersons, des Sohnes Levis. Ihre Brüder aber, die Söhne Merari, standen zur Linken. Nämlich Ethan, der Sohn Kuschis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Maluchs, des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Amatias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Amtsis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemas, des Sohnes Machlis, des Sohnes Muschis, des Sohnes Meraris, des Sohnes Levis. Ihre Brüder aber, die Leviten, waren bestellt zu allem Dienst an der Wohnung des Hauses Gottes. Aaron dagegen und seine Söhne waren verordnet zum Dienst am Brandopferaltar und am Räucheraltar und zu allem Dienst im Allerheiligsten und Sühne zu schaffen für Israel, wie Mose, der Knecht Gottes, geboten hatte. Dies sind aber die Söhne Aarons. Eleazar, sein Sohn, dessen Sohn war Pinhas, dessen Sohn war Abishua, dessen Sohn war Buki, dessen Sohn war Uzi, dessen Sohn war Serachia, dessen Sohn war Merayot, dessen Sohn war Amaria, dessen Sohn war Ahitub, dessen Sohn war Zadok, dessen Sohn war Ahimaatz. Und dies sind ihre Wohnsitze nach ihren Zeltdörfern in ihrem Gebiet, nämlich der Söhne Tnaron vom Geschlecht der Kehatiter, denn das Los fiel ihnen zuerst zu, und man gab ihnen Hebron im Lande Judah mit seinem Weideland ringsumher. Aber die Felder der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, dem Sohn Jefunnes. So gaben sie nun den Söhnen Aaron die Freistädte Hebron und Libna mit ihrem Weideland, Yathir und Eshtemoah mit ihrem Weideland, Holon, Debir, Aschan und Bet-Shemesh mit ihrem Weideland. Und aus dem Stamm Benjamin Geber, Alemet und Anatoth mit ihrem Weideland, sodass die Zahl aller Städte in ihren Geschlechtern dreizehn war. Aber den anderen Söhnen Kehat nach ihren Geschlechtern wurden durchs Los aus dem Stamm Ephraim, aus dem Stamm Dan und aus dem halben Stamm Manasse zehn Städte gegeben. Den Söhnen Gerson nach ihren Geschlechtern wurden aus dem Stamm Issachar und aus dem Stamm Asser und aus dem Stamm Naphtali und aus dem Stamm Manasse in Basan dreizehn Städte gegeben. Den Söhnen Merari nach ihren Geschlechtern wurden durchs Los aus dem Stamm Ruben und aus dem Stamm Gad und aus dem Stamm Sebulon zwölf Städte gegeben. Und Israel gab den Leviten die Städte mit ihrem Weideland, nämlich durchs Los aus dem Stamm Judah und aus dem Stamm Simeon und aus dem Stamm Benjamin, diese Städte, die sie mit Namen bestimmten. Aber den Geschlechtern der Söhne Kehat wurden Städte ihres Gebiets aus dem Stamm Ephraim gegeben. So gaben sie nun dem Geschlecht der anderen Söhne Kehat die Freistädte Sichem auf dem Gebirge Ephraim, Geser, Jokmeam, Bethoron, Ayalon und Gatrimon mit ihrem Weideland. Dazu aus dem halben Stamm Manasse, Aner und Bileam mit ihrem Weideland. Aber den Söhnen Gerson nach ihren Geschlechtern gaben sie aus dem halben Stamm Manasse, Golan in Basan und Ashtaroth mit ihrem Weideland. Aus dem Stamm Issachar, Kedesh, Daberat, Ramoth und Anem mit ihrem Weideland. Aus dem Stamm Asser, Mischal, Abdon, Hukok und Rehob mit ihrem Weideland. Aus dem Stamm Naphtali, Kedesh in Galiläa, Hamon und Kiryatayim mit ihrem Weideland. Den anderen Söhnen Merari gaben sie aus dem Stamm Sebulon, Rimon und Tabor mit ihrem Weideland. Und jenseits des Jordan gegenüber Jericho östlich vom Jordan aus dem Stamm Ruben, Bezer in der Wüste, Jatsar, Kedemoth und Mephaat mit ihrem Weideland. Aus dem Stamm Gat, Ramoth in Gilead, Mahanayim, Hesbon und Yaseer mit ihrem Weideland. Kapitel 7 Die Söhne Issachars waren Tola, Pua, Yashub und Shimron, diese vier. Die Söhne Tolas aber waren Uzi, Rephaia, Jeriel, Yachmai, Yipsam und Samuel, Sippenhäupter von Tola und gewaltige Männer. Nach dem Geschlechtsregister an Zahl zu Davids Zeiten 22.600. Der Sohn Usis war Yisrachia. Und die Söhne Yisrachias waren Michael, Obadja, Joel und Jeschia, diese fünf. Sie waren alle Sippenhäupter. Und nach ihrem Geschlechtsregister, nach ihren Sippen, waren unter ihnen zum Kampf gerüstetes Heervolk 36.000. Denn sie hatten viele Frauen und Kinder. Und ihre Brüder in allen Geschlechtern Issachars waren gewaltige Männer, 87.000, und wurden alle aufgezeichnet. Die Söhne Benjamins waren Bela, Becher und Yediael, diese drei. Aber die Söhne Belas waren Etzbon, Uzi, Uzi-El, Yerimoth und ihr, diese fünf. Sippenhäupter, gewaltige Männer. Und es wurden aufgezeichnet 22.034. Die Söhne Bechers waren Semira, Joas, Eliezer, Elioinai, Omri, Yerimoth, Abiyah, Anatot und Alemet. Die waren alle Söhne des Becher und wurden aufgezeichnet in ihren Geschlechtern, nach ihren Sippenhäuptern, gewaltige Männer, 20.200. Der Sohn Yediaels aber war Bilhan. Bilhans Söhne aber waren Jehush, Benjamin, Ehud, Kenna'ana, Setan, Tarsis und Ahishahar. Die waren alle Söhne Yediaels, Sippenhäupter, gewaltige Männer, 17.200, die als Heer ausziehen konnten zum Kampf. Und Shuppim und Huppim waren Söhne Iers. Hushim aber war ein Sohn Ahers. Die Söhne Naftalis waren Yachtseel, Guni, Jezer und Schilem, Söhne der Bilha. Die Söhne Manasses waren diese. Asriel, den seine aramäische Nebenfrau geboren hatte, auch gebar sie Machir, den Vater Gileads. Und Machir gab Huppim und Shuppim Frauen, und seine Schwester hieß Ma'acha. Sein anderer Sohn hieß Tselophat, und Tselophat hatte nur Töchter. Und Ma'acha Machirs Frau gebar einen Sohn, den nannte sie Peresh. Und sein Bruder hieß Scheresh, und dessen Söhne waren Ulam und Rekem. Ulam's Sohn aber war Bedan. Das sind die Söhne Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses. Und seine Schwester Mole, Chet, gebar Ischot, Abieser und Machlar. Und Shemida hatte diese Söhne, Achjan, Sichem, Liki und Aniam. Die Söhne Ephraims waren diese, Schutelach, dessen Sohn war Berit, dessen Sohn war Tahrad, dessen Sohn war Elada, dessen Sohn war Tahrad, dessen Sohn war Sebat, dessen Sohn war Schutelach, und Eser und Elad. Und die Männer von Gadd, die Einheimischen im Lande, töteten sie, weil sie hinabgezogen waren, ihnen das Vieh wegzunehmen. Und ihr Vater Ephraim trug Leid lange Zeit, und seine Brüder kamen ihn zu trösten. Und er ging ein zu seiner Frau, die war schwanger, und gebar einen Sohn, den nannte er Beria, weil in seinem Hause Unglück war. Seine Tochter aber war Sheera, die baute das untere und obere Bethoron und Usen Sheera. Sein Sohn war Refach, auch Reshef, dessen Sohn war Telach, dessen Sohn war Tahan, dessen Sohn war Ladan, dessen Sohn war Amihut, dessen Sohn war Elishama, dessen Sohn war Nun, dessen Sohn war Joshua. Und ihr Besitz und ihre Wohnung war Betel und seine Ortschaften, und gegen Osten Naaran, und gegen Westen Gese und seine Ortschaften, Ortschaften, Sichem und seine Ortschaften, bis nach Aja und seinen Ortschaften, und an der Seite der Söhne Manasses, Bet Shean und seine Ortschaften, Taanach und seine Ortschaften, Megiddo und seine Ortschaften, Dor und seine Ortschaften. In diesen wohnten die Söhne Josefs, des Sohnes Israels. Die Söhne Assers waren diese, Yimna, Jeschwa, Jeschwi, Beria, und Serach war ihre Schwester. Die Söhne Berias waren Heber und Malkiel, das ist der Vater Birsavitz. Heber aber zeugte Jaflet, Shemir, Hotam und ihre Schwester Shua. Die Söhne Jaflets waren Pasach, Bimhal und Aschwat. Das waren die Söhne Jaflets. Die Söhne Shemirs waren Ahi, Ruga, Huba und Aram. Und die Söhne seines Bruders Hotam waren Zofach, Yimna, Shelesh und Amal. Die Söhne Zofachs waren Suach, Harneper, Shual, Beri, Yimra, Bezer, Hord, Shama, Shilsha, Jetran und Beera. Die Söhne Jethes waren Jefune, Pispa und Ara. Die Söhne Ulas waren Arach, Haniel und Ritzia. Diese alle waren Söhne Assers, Sippenhäupter, auserlesene, gewaltige Männer und Erste der Fürsten. Und sie wurden aufgezeichnet als Kriegsleute, ihre Zahl war 26.000 Mann. Kapitel 8 Benjamin Benjamin aber zeugte Bela seinen Erstgeborenen, Aschbel als zweiten Sohn, Achrach als dritten, Noah als vierten, Rafa als fünften. Und Bela hatte Söhne, Adar, Gera, Abihut, Abishua, Naaman, Ahoach, Gera, Shephufan und Huram. Dies sind die Söhne Ehuds, die Sippenhäupter waren unter den Bürgern zu Geba, und man führte sie gefangen weg nach Manahat, nämlich Naaman, Ahia und Gera, dieser führte sie weg, und er zeugte Usa und Ahihut. Und Shaharajim zeugte im Lande Moab, als er seine Frauen Hushim und Baara entlassen hatte, und er zeugte mit seiner Frau Hodesh, Jobab, Zibia, Mesha, Malkam, Jehutz, Zachia und Mirma. Das sind seine Söhne Sippenhäupter. Mit Hushim aber hatte er Abitub und El-Paal gezeugt. Die Söhne El-Paals aber waren Eber, Misham und Shemet. Dieser baute Ono und Lot und ihre Ortschaften. Und Beria und Shema waren Sippenhäupter unter den Bürgern von Ayalon. Sie verjagten die Einwohner von Gat. Und ihre Brüder waren El-Paal, Shashak, Jeremoth, Sebatia, Arad, Adair, Michael, Jishpa und Joha. Das sind die Söhne Berias. Sebatia, Meshulam, Hiski, Heber, Yishmerai, Yisliya, Jobab. Das sind die Söhne El-Paals. Jakim, Sichri, Sabdi, El-Joenai, Ziltai, Eliel, Adair, Beraira und Shemrat. Das sind die Söhne Simis. Jishpan, Eber, Eliel, Abdon, Sichri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Yifdeja und Pnuel. Das sind die Söhne Shashaks. Shamsherai, Sheharia, Atalia, Ja'arishia, Elia und Sichri. Das sind die Söhne Jerohams. Das sind die Sippenhäupter ihrer Geschlechter, die in Jerusalem wohnten. Aber in Gibeon wohnte Je'iel, der Vater Gibeons, und seine Frau hieß Ma'acha. Und sein Erstgeborener war Abdon, ferner Zur, Kis, Baal, Nea, Nadab, Gedor, Achjo, Secher und Miklot. Miklot aber zeugte Shemam. Und auch sie wohnten mit ihren Brüdern in Jerusalem ihnen gegenüber. Nea zeugte Abner, und Kis zeugte Saul. Saul zeugte Jonathan, Malki, Schua, Abinadab und Esch, Baal. Der Sohn Jonathans aber war Merib-Baal. Merib-Baal zeugte Micha. Die Söhne Michas waren Pithon, Melech, Tachreah und Ahas. Ahas aber zeugte Joada. Joada zeugte Alemet, Asmavet und Simri. Simri zeugte Moza. Moza zeugte Bina. Dessen Sohn war Rafa. Dessen Sohn war Elazar. Dessen Sohn war Azel. Azel aber hatte sechs Söhne, die hießen Asrikam, sein Erstgeborener, Ismael, Shearja, Obadja, Hanan. Die waren alle Söhne Azels. Die Söhne seines Bruders Eschek waren Ulam, sein Erstgeborener, Jehush, der zweite Sohn, Elifelet, der dritte. Die Söhne Ulams aber waren gewaltige Leute und geschickt mit Bogen und hatten viele Söhne und Enkel, hundertundfünfzig. Diese alle sind von den Söhnen, Benjamin. Kapitel 9 Und ganz Israel wurde im Geschlechtsregister aufgezeichnet und siehe, sie sind aufgeschrieben im Buch der Könige von Israel. Und Juda wurde weggeführt nach Babel um seines Treubruchs willen. Und die zuerst auf ihrem Besitz und in ihren Städten wohnten, waren Israeliten, Priester, Leviten und Tempelsklaven. Und in Jerusalem wohnten einige der Söhne Juda, einige der Söhne Benjamin, einige der Söhne Ephraim und Manasse. Von den Söhnen Judah, Uthai, der Sohn Amihuts, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes Banis, von den Nachkommen des Peretz, des Sohnes Judas. Von den Schelanitern aber Asaja, der Erstgeborene und seine Söhne. Von den Söhnen Serach, Jeguel und seine Brüder, 690. Von den Söhnen Benjamin, Salu, der Sohn Meschulams, des Sohnes Hodavias, des Sohnes Hasenuas, und Yibneja, der Sohn Jerohams. Und Ela, der Sohn Usis, des Sohnes Michris, und Meschulam, der Sohn Shefathias, des Sohnes Reguels, des Sohnes Yibnejas. Dazu ihre Brüder nach ihren Geschlechtern, 956. Alle diese Männer waren Sippenhäupter. Von den Priestern aber Jedaya, Jojarib, Yachin und Azaria, der Sohn Hilkias, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Tzadoks, des Sohnes Merayots, des Sohnes Ahitubs, der Vorsteher im Hause Gottes. Und Adaya, der Sohn Jerohams, des Sohnes Paschurs, des Sohnes Malkias. Und Masai, der Sohn Adiels, des Sohnes Yachseras, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Meschilemitz, des Sohnes Immas. Dazu ihre Brüder, Sippenhäupter, 1760. Tüchtige Leute im Dienst des Amtes, im Hause Gottes. Von den Leviten aber aus den Söhnen Merari, Shemaya, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabjas, und Bakbakar, Herisch und Galal, und Matanja, der Sohn Mishas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asafs, und Obatja, der Sohn Shemayas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns, und Berechja, der Sohn Asas, des Sohnes Elkanas, der in den Gehöften der Netophathiter wohnte. Die Torhüter aber waren Shalom Akub Talmon Ahiman. Und ihr Bruder Shalom war der Vorsteher, und er steht bis jetzt am Tor des Königs im Osten. Das waren die Torhüter in den Lagern der Leviten. Und Shalom, der Sohn Chores, des Sohnes Abi Asafs, des Sohnes Koras, und seine Brüder aus seiner Sippe, die Korahiter, waren im Dienst des Amtes, dass sie hüteten die Schwelle der Stiftshütte, wie auch ihre Väter im Lager des Herrn den Eingang gehütet hatten. Pinhas aber, der Sohn Eleazas, der Herr sei mit ihm, war vor Zeiten Vorsteher über sie. Zacharia aber, der Sohn Meshelemias, war Hüter am Tor der Stiftshütte. Alle diese waren auserlesen zu Hütern an der Schwelle 212. Diese waren zwar aufgezeichnet in ihren Gehöften, aber David und Samuel der Seher hatten sie in ihr Amt eingesetzt, dass sie und ihre Söhne als Wächter hüten sollten die Tore am Hause des Herrn, nämlich an der Stiftshütte. Es waren aber diese Torhüter nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellt, nach Osten, Westen, Norden und Süden. Ihre Brüder aber waren auf ihren Gehöften und mussten zur verordneten Zeit für jeweils sieben Tage hereinkommen, um mit ihnen Dienst zu tun. Denn die vier obersten Torhüter standen immer fort im Amt. Und einige von den Leviten waren über die Kammern und Schätze im Hause Gottes gesetzt. Auch blieben sie die Nacht über um das Haus Gottes, denn sie mussten Wache halten und alle Morgen die Türen auftun. Und einige von ihnen waren gesetzt über die Geräte für den Dienst, denn sie mussten sie abgezählt heraus und hineintragen. Und einige von ihnen waren gestellt über die Gefäße und über alle heiligen Geräte, über Feinmehl, über Wein, über Öl, über Weihrauch, über Spitzerei. Und einige der Söhne der Priester machten Salböl aus der Spitzerei. Und Matitya von den Leviten, dem erstgeborenen Schalums des Korahitas, waren die Pfannen anvertraut. Von den Kehatitern aber ihren Brüdern waren einige bestellt über die Schaubrote, sie zuzurichten, auf alle Sabbate. Das sind die Sänger, die Sippenhäupter der Leviten, die in den Kammern keinen Dienst hatten, denn Tag und Nacht waren sie in ihrem Amt. Das sind die Sippenhäupter unter den Leviten nach ihren Geschlechtern. Diese wohnten in Jerusalem. In Gibeon wohnten Jeiel, der Vater Gibeons. Seine Frau hieß Maacha und sein erstgeborener Abdon. Ferner Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achjo, Sacharia, Mikloth. Mikloth aber zeugte Schimam. Auch sie wohnten mit ihren Brüdern in Jerusalem, ihnen gegenüber. Ner aber zeugte Abner. Kis zeugte Saul. Saul zeugte Jonathan, Malki, Schua, Abinadab, Esch, Baal. Der Sohn Jonathans aber war Merib, Baal. Merib, Baal aber zeugte Micha. Die Söhne Michas waren Piton, Melech, Tachria und Ahas. Ahas zeugte Yara. Yara zeugte Alemet, Asmavet und Simri. Simri zeugte Moza. Moza zeugte Bina. Dessen Sohn war Raffaia, dessen Sohn war Elasa, dessen Sohn war Azel. Azel aber hatte sechs Söhne, die hießen Asrikam, der Erstgeborene, Ismael, Shearia, Obatja, Hanan. Das sind die Söhne Azels. Kapitel 10 Die Philister kämpften gegen Israel und die Männer Israels flohen vor den Philistern und blieben erschlagen liegen auf dem Gebirge Gilboa. Aber die Philister waren hinter Saul und seinen Söhnen her und erschlugen Jonathan, Abinadab und Malkishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig um Saul, und die Bogenschützen fanden ihn, und er wurde verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und erstich mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul sein Schwert und stürzte sich hinein. Als aber sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich ins Schwert und starb. So starben Saul und zugleich seine drei Söhne und sein ganzes Haus. Als aber die Männer Israels, die in der Ebene wohnten, sahen, dass sie geflohen waren, und dass Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und flohen, und die Philister kamen und wohnten darin. Am anderen Tage kamen die Philister, um die Erschlagenen auszublündern, und fanden Saul und seine Söhne, wie sie gefallen auf dem Gebirge Gilboa lagen. Da plünderten sie ihn aus und nahmen sein Haupt und seine Rüstung, und sandten sie im Land der Philister umher und ließen es verkünden vor ihren Götzen und dem Volk. Und sie legten seine Rüstung nieder im Haus ihres Gottes, und seinen Schädel hefteten sie ans Haus Dagons. Als aber jedermann von Jabesh in Gilead hörte, was die Philister Saul alles angetan hatten, machten sie sich auf, alle streitbaren Männer, und nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne, und brachten sie nach Jabesh und begruben ihre Gebeine unter der Eiche bei Jabesh und fasteten sieben Tage. So starb Saul um seines Treubruchs willen, mit dem er sich an dem Herrn versündigt hatte, weil er das Wort des Herrn nicht hielt, auch weil er die Wahrsagerin befragt, den Herrn aber nicht befragt hatte. Darum ließ er ihn sterben und wandte das Königtum David, dem Sohn Isais, zu. Kapitel 11 Und ganz Israel sammelte sich bei David in Hebron und sprach, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon damals, als Saul König war, führtest du Israel aus und ein. Und der Herr, dein Gott, hat zu dir geredet, du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel. Und alle ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Und David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel nach dem Wort des Herrn durch Samuel. Und David und ganz Israel zogen hin nach Jerusalem, das ist Jebus, denn die Jebusiter wohnten dort in dem Lande. Und die Bürger von Jebus sprachen zu David, du wirst nicht hereinkommen. David aber eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. Und David sprach, wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Hauptmann und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. David aber wohnte auf der Burg, daher nennt man sie Stadt Davids. Und er baute die Stadt ringsum vom Milo an rundum her. Joab aber stellte die übrige Stadt wieder her. Und David nahm immer mehr zu an Macht, und der Herr Zebaoth war mit ihm. Dies sind die Helden Davids, die sich treu zu ihm hielten in seinem Königtum mit ganz Israel, dass man ihn zum König machte nach dem Wort des Herrn über Israel. Und dies ist die Zahl der Helden Davids. Yashobam, der Sohn Hachmonis, der erste unter den Dreien. Er schwang seinen Spieß und erschlug dreihundert auf einmal. Nach ihm war Eleazar, der Sohn Dodos, der Ahoachiter. Er war unter den drei Helden. Dieser war mit David in Pastamim, als die Philister sich dort zum Kampf versammelt hatten. Dort war ein Stück Acker mit Gerste. Und das Volk floh vor den Philistern, und er trat mitten aufs Feld, sicherte es und schlug die Philister. Und der Herr gab großes Heil. Und drei aus den dreißig Helden zogen hinab zum Felsen, zu David in die Höhle Adulam. Aber das Lager der Philister lag in der Ebene Rephaim. David aber war in der Bergfeste, und die Wache der Philister war damals in Bethlehem. Und David gelüsterte es, und er sprach, wer will mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem. Da brachen die drei in das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem, und trugen es und brachten es zu David. Er aber wollte es nicht trinken, sondern goss es aus für den Herrn als Trankopfer, und sprach, das lasse mein Gott fern von mir sein, dass ich solches tue, und trinke das Blut dieser Männer, die sich der Gefahr ausgesetzt haben. Abisai, der Bruder Joabs, war der erste unter den dreißig, und er schwang seinen Spieß und erschlug dreihundert. Und er war unter den dreißig berühmt und hochgeehrt unter den dreißig, und war ihr Oberster. Aber an jene drei kam er nicht heran. Benaya, der Sohn Jojadas, ein streitbarer Mann von großen Taten, war aus Kapzeel. Er erschlug die beiden Gotteslöwen der Moabiter. Er stieg hinab und erschlug einen Löwen in einem Brunnen, als Schnee gefallen war. Er erschlug auch einen ägyptischen Mann, der war fünf Ellen groß und hatte einen Spieß in der Hand, der war wie ein Weberbaum. Aber er ging zu ihm hinab mit einem Stecken und nahm ihm den Spieß aus der Hand und tötete ihn mit dessen eigenem Spieß. Das tat Benaya, der Sohn Jojadas, und er war berühmt unter den dreißig Helden und hochgeehrt unter den dreißig, aber an jene drei kam er nicht heran. David aber setzte ihn über seine Leibwache. Die streitbaren Helden waren diese. Hasahel, der Bruder Joabs, Elhanan, der Sohn Dodos aus Bethlehem, Shamot, der Haroriter, Heletz, der Peletiter, Ira, der Sohn des Ikesh aus Tekoa, Abieser, der Anatotiter, Sibbechai, der Hushatiter, Ilai, der Ahoachiter, Ilai, der Ahoachiter, Machrei, der Netophatiter, Helet, der Sohn Baanas, der Netophatiter, Itai, der Sohn Ribais von Gibeain Benjamin, Benaya, der Piratoniter, Hiday von Nahal-e-Gaash, Abiel, der Abathiter, Asmavet, der Bahurimiter, El-Jahbar, der Sha'alboniter, Jaschen, der Guniter, Jonathan, der Sohn Schages, der Harariter, Ahiam, der Sohn Sachas, der Harariter, Eliphal, der Sohn Urs, Hefer, der Mecherahiter, Ahia, der Paloniter, Hetzro, der Karmeliter, Naarei, der Sohn Esbeis, Joel, der Bruder Nathans, Mipha, der Sohn Hagris, Zelek, der Ammoniter, Nachrei, der Beerotiter, ein Waffenträger Joabs, des Sohnes der Zeruja, Ira, der Yathiriter, Garib, der Yathiriter, Uriah, der Hethiter, Sabbat, der Sohn Achlais, Hadina, der Sohn Shisas, der Rubeniter, ein Hauptmann der Rubeniter, und dreißig Mann waren bei ihm, Hanan, der Sohn Maachas, Josaphat, der Mitniter, Usia, der Ashtarotiter, Shama und Jehiel, die Söhne Hotams, des Aroeriters, Jedael, der Sohn Shimris, Johar, sein Bruder, der Tiziter, Eliel, der Mahanaiter, Jeribai, und Josaphia, die Söhne El-Naams, Jedma, der Moabiter, Eliel, Obed, Jaaziel, aus Soba. Kapitel 12 Dies sind die Männer, die zu David nach Ziklak kamen, als er sich von Saul, dem Sohn des Kis, fernhalten musste. Und sie gehörten auch zu den Helden, den Helfern im Kampf, mit Bogen gerüstet, geschickt mit beiden Händen Steine zu schleudern und Pfeile zu schießen. Von den Stammesbrüdern Sauls, die aus Benjamin waren, der erste Ahieser und Joas, die Söhne Shemaas, des Gibeathitas, Jeziel und Pelet, die Söhne Asmavitz, Beracha und Jehu, der Anatotiter, Jeschmaja, der Gibeoniter, gewaltig unter den dreißig und über die dreißig, Jeremia, Jahaziel, Johanan, Josabat, der Gederathiter, Eluzai, Jerimuth, Bealia, Shemaria, Shephatia, der Harophiter, Elkanah, Jeschia, Azarel, Joeser, Yashobam, die Korahiter, Joela und Sebatia, die Söhne Jerohams von Gedor. Von den Gaditern gingen über zu David nach der Bergfeste in der Wüste starke Helden und Kriegsleute, die Schild und Spieß führten, und ihr Angesicht war wie das der Löwen, und sie waren schnell wie Rehe auf den Bergen. Der erste Eser, der zweite Obatia, der dritte Eliab, der vierte Maschmanah, der fünfte Jeremia, der sechste Atai, der siebente Eliel, der achte Johannan, der neunte El-Sabbat, der zehnte Jeremia, der elfte Machwanai. Diese waren von den Gaditern Hauptleute im Heer, der geringste über hundert und der größte über tausend. Die sind es, die über den Jordan gingen im ersten Monat, als er voll war, bis zu beiden Ufern, und alle Täler gegen Osten und Westen abriegelte. Es kamen aber auch Männer von Benjamin und Judah zu David in die Bergfeste. David aber ging hinaus zu ihnen und sprach zu ihnen, Kommt ihr im Frieden zu mir, und um mir zu helfen, so soll mein Herz mit euch sein. Kommt ihr aber mit List, und um gegen mich zu sein, da doch kein Frevel an mir ist, so sehe der Gott unserer Väter drein und strafe es. Aber der Geist ergriff Amasei den ersten der dreißig, und er sprach, Dein sind wir, David, und mit dir halten wirst du Sohn Isais. Friede, Friede sei mit dir. Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Dann nahm David sie an und setzte sie zu Hauptleuten über die Streifschar. Und von Manasseh gingen einige zu David über, als er mit den Philistern auszog, gegen Saul zum Kampf. Er aber half ihnen nicht, denn die Fürsten der Philister hielten Rat und schickten ihn weg und sprachen, Wenn er wieder zu Saul, seinem Herrn, überginge, so könnte es uns den Hals kosten. Als er nun nach Ziklag zog, fielen ihm zu von Manasseh Adnach, Josabat, Jediael, Michael, Josabat, Elihu, Ziltai, oberste über tausend in Manasseh. Und sie halfen David gegen streifende Rotten, denn sie waren alle streitbare Helden und wurden Hauptleute über das Heer. So kamen alle Tage einige zu David, ihm zu helfen, bis es ein großes Heer wurde, wie ein Heer Gottes. Und dies ist die Zahl der zum Heeresdienst gerüsteten Männer, die zu David nach Hebron kamen, um das Königtum Sauls ihm zuzuwenden nach dem Wort des Herrn. Der Männer von Judah, die Schild und Spieß trugen, waren 6800, gerüstet zum Heeresdienst. Der Männer von Simeon waren streitbare Helden für den Heeresdienst, 7100. Der Männer von Levi, 4600. Und Jojadah, der Vorsteher über das Haus Aaron, mit 3700. Und Zadok, ein junger, streitbarer Held, mit seiner Sippe, 22 Hauptleute. Der Männer von Benjamin, Sauls Brüder, 3000, denn bis zu dieser Zeit hielten noch viele von ihnen zum Hause Sauls. Der Männer von Ephraim, 20.800, streitbare Helden und berühmte Männer in ihren Sippen. Vom halben Stamm Manasse 18.000, die namentlich bestimmt waren, dass sie kämen und David zum König machten. Der Männer von Issachar, die erkannten und rieten, was Israel zu jeder Zeit tun sollte, 200 Hauptleute, und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Von Sebulon, wehrfähige Männer, zum Kampf gerüstet, mit allerlei Waffen, 50.000, David einmütig zu helfen. Von Naftali 1000 Hauptleute und mit ihnen 37.000 mit Schild und Spieß. Von Dan zum Kampf gerüstet, 28.600. Von Asser, wehrfähige Männer, gerüstet zum Kampf, 40.000. Von jenseits des Jordan, von den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse, 120.000, mit allerlei Waffen zum Kampf. Alle diese Kriegsleute in Heeresordnung kamen von ganzem Herzen nach Hebron, um David zum König zu machen über ganz Israel. Auch war das ganze übrige Israel eines Herzens, das man David zum König machte. Und sie waren dort bei David drei Tage, aßen und tranken, denn ihre Brüder hatten für sie gesorgt. Auch die, die ihnen nahe waren, bis nach Issachar, Sebulon und Naphtali, brachte Nahrung auf Eseln, Kamelen, Maultieren und Rindern, Brot, Kuchen von Feigen und Rosinen, Wein, Öl, dazu Rinder und Schafe in Menge, denn Freude war in Israel. Kapitel 13 Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über tausend und über hundert und mit allen Anführern und sprach zu der ganzen Gemeinde Israel, Gefällt es euch und ist es dem Herrn unserem Gott angenehm, so lasst uns hinschicken zu unseren Brüdern in allen Landen Israels, dazu auch zu den Priestern und Leviten in ihren Wohnstätten, dass sie sich bei uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. Da sprach die ganze Gemeinde, man solle das tun, denn es gefiel allem Volk gut. So versammelte David ganz Israel vom Schihoer Ägyptens an bis dorthin, wo es nach Hamad geht, um die Lade Gottes von Kiryat Jearim zu holen. Und David zog hin mit ganz Israel nach Baala, das ist Kiryat Jearim, das in Judah liegt, um von da heraufzubringen die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs fahren. Usa aber und sein Bruder lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel tanzten mit aller Macht vor Gott her, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. Als sie aber zur Tenekidons kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte der Grimm des Herrn über Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb vor Gott. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so weg riss, und man nannte die Stätte Piritz-Usa bis auf diesen Tag. Und an jenen Tagen fürchtete sich David vor Gott und sprach, wie darf ich da noch die Lade Gottes zu mir bringen? Darum ließ er die Lade Gottes nicht zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern ließ sie hinbringen ins Haus Obed-Edoms des Gathitas. So blieb die Lade Gottes bei Obed-Edom in seinem Hause drei Monate, und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Kapitel 14 Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David und Zedernholz, Steinmetzen und Zimmerleute, dass sie ihm ein Haus bauten. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt hatte, denn sein Königtum war hoch erhoben worden um seines Volkes Israel willen. Und David nahm noch mehr Frauen zu Jerusalem und zeugte noch mehr Söhne und Töchter. Die Söhne, die ihm zu Jerusalem geboren wurden, hießen Shammuah, Shobab, Nathan, Salomo, Jepah, Elishua, El-Pelet, Noga, Nefek, Japhia, Elishama, Be'eliada, Elifelet. Als aber die Philister hörten, dass David zum König gesagt war über ganz Israel, zogen sie alle herauf, um sich Davids zu bemächtigen. Als das David hörte, zog er aus gegen sie. Und die Philister kamen und ließen sich nieder in der Ebene Rephaim. David aber befragte Gott und sprach, soll ich hinaufziehen gegen die Philister und willst du sie in meine Hand geben? Der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, ich will sie in deine Hände geben. Und als sie hinaufzogen nach Baalperazim, schlug sie David dort. Und David sprach, Gott hat durch meine Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen, wie das Wasser einen Damm durchbricht. Daher nannte man die Städte Baalperazim, das heißt Herr der Durchbrüche. Und sie ließen ihre Götter dort zurück. Die befahl David mit Feuer zu verbrennen. Aber die Philister kamen wieder und ließen sich nieder in der Ebene. Und David befragte Gott abermals und Gott sprach zu ihm, du sollst nicht hinaufziehen hinter ihnen her, sondern umgehe sie, dass du an sie herankommst von den Baka-Bäumen her. Wenn du dann hören wirst, wie das Rauschen oben in den Baka-Bäumen einhergeht, so brich hervor zum Kampf, denn Gott ist dann von dir ausgezogen, zu schlagen das Heer der Philister. Und David tat, wie ihm der Herr geboten hatte, und sie schlugen das Heer der Philister von Gibeon an bis Geser. Und Davids Name ging aus in alle Lande, und der Herr ließ Furcht vor ihm über alle Völker kommen. Kapitel 15 Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und bereitete der Lade Gottes eine Stätte und richtete ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn diese hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Da versammelte David ganz Israel nach Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn hinaufbrächten an die Stätte, die er dazu bereitet hatte. Und David brachte zusammen die Söhne Aaron und die Leviten von den Söhnen Kehat, Uriel, den obersten samt seinen Brüdern, 120, von den Söhnen Merari, Asaja, den obersten samt seinen Brüdern, 220, von den Söhnen Gerson, Joel, den obersten samt seinen Brüdern, 130, von den Söhnen Elitzaphan, Shemaja, den obersten samt seinen Brüdern, 200, von den Söhnen Hebron, Eliel, den obersten samt seinen Brüdern, 80, von den Söhnen Uziel, Aminadab, den obersten samt seinen Brüdern, 112. Und David rief die Priester Zadok und Abjatar und die Leviten, nämlich Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel, Aminadab, und sprach zu ihnen, Ihr seid die Häupter der Sippen unter den Leviten. So heiligt nun euch und eure Brüder, dass ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels heraufbringt, an den Ort, den ich ihr bereitet habe. Denn das erste Mal, als ihr nicht da waret, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht gefragt hatten, wie sich's gebührt. So heiligten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels heraufbrächten. Und die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern mit den Stangen, wie Mose geboten hatte nach dem Wort des Herrn. Und David befahl den obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder, die Sänger, bestellen sollten, mit Seitenspielen, mit Psaltern, Harfen und hellen Zimbeln, dass sie laut sängen und mit Freuden. Da bestellten die Leviten Heman, den Sohn Joels, und von seinen Brüdern Asaf, den Sohn Berechias, und von den Söhnen Merari, ihren Brüdern Ethan, den Sohn Kuschaias, und mit ihnen ihre Brüder der zweiten Ordnung, Zacharia, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matitya, Elifelehu, Mikneya, Obed-Edom, Jehiel, die Torhüter. Denn Heman, Asaf und Ethan waren Sänger mit kupfernen, hellklingenden Zimbeln. Zacharia aber, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseya und Benaya mit Pseitern zu spielen. Matitya aber, Elifelehu, Mikneya, Obed-Edom, Jehiel und Asasya mit Harfen von acht Seiten zu spielen. Kenanya aber, der Leviten Oberster, der Singmeister, unterwies sie im Singen, denn er verstand sich darauf. Und Berechia und Elkanah waren Torhüter bei der Lade. Aber Shebanja, Josaphat, Nathanael, Amazai, Zacharia, Benaya, Eliezer, die Priester, bliesen mit Trompeten vor der Lade Gottes. Und Obed-Edom und Jehiel waren Torhüter bei der Lade. So zogen David und die Ältesten Israels und die Obersten über tausend hin, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzuholen aus dem Hause Obed-Edoms mit Freuden. Und weil Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, opferten sie sieben junge Stiere und sieben Widder. Und David hatte ein Obergewand aus feinem Leinen an, dasgleichen alle Leviten, die die Lade trugen, und die Sänger und Kenanya der Oberste beim Gesang der Sänger. Auch trug David den Leinen in Triester Schurz. So brachte ganz Israel die Lade des Bundes des Herrn hinauf mit Jauchzen, Posaunen, Trompeten und hellen Zimmeln mit Psaltern und Harfen. Als nun die Lade des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michael die Tochter Sauls zum Fenster hinaus, und als sie den König David tanzen und spielen sah, verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Titel 16 Und als sie die Lade Gottes hineinbrachten, setzte man sie in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte, und opferte Brandopfer und Dankopfer vor Gott. Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn und teilte aus an jedermann in Israel an Männer und Frauen ein Brot, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. Und er bestellte einige Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, dass sie Prisen dankten und lobten den Herrn, den Gott Israels. Nämlich Asaph als Vorsteher, Zacharia als Zweiten, Jeiel, Shemiramot, Jehiel, Matitya, Eliab, Benaya, Obed-Edom und Jeiel mit Pfeiltern und Harfen, Asaph aber mit hellen Zimbeln, die Priester Benaya und Jahaziel aber alle Zeit mit Trompeten zu blasen vor der Lade des Bundesgottes. Zu der Zeit ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaph und seine Brüder. Danket dem Herrn, predigt seinen Namen, tut kund unter den Völkern sein Tun, singet und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht alle Zeit. Gedenket seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, ihr, das Geschlecht Israels, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt. Gedenket ewig seines Bundes, des Wortes, das er verheißen hat für tausend Geschlechter, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides, den er Isaak geschworen hat, den er Jakob gesetzt hat zur Satzung und Israel zum ewigen Bund und sprach, dir will ich das Land Kana angeben, das Los eures Erbteils. Als sie noch gering an Zahl waren, wenige und Fremdlinge im Lande, da zogen sie von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen. Er ließ niemand ihnen Schaden tun und wies Könige zu Recht um ihretwillen, tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Singet dem Herrn alle Lande, verkündiget täglich sein Heil, erzählet unter den Heiden seine Herrlichkeit und unter allen Völkern seine Wunder, denn der Herr ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter, denn aller Heiden Götter sind Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude in seinem Heiligtum. Bringet da dem Herrn ihr Völker, bringet da dem Herrn Ehre und Macht, bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt vor ihn und betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich und man sage unter den Heiden, dass der Herr regiert. Das Meer brause und was darinnen ist und das Feld sei fröhlich und alles was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten die Erde. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich und sprecht hilf uns Gott unser Heiland und sammle uns und errette uns von den Heiden, dass wir deinen heiligen Namen preisen und dir Lob sagen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagte Amen und lobe den Herrn. Und David ließ dort vor der Lade des Bundes des Herrn den Asaph und seine Brüder, damit sie Dienst täten vor der Lade alle Zeit, wie es jeder Tag erforderte. Dazu Obed Edom und seine Brüder 68 Mann und Obed Edom den Sohn Jedutuns und Hosa als Torhüter. Und den Priester Zadok und seine Brüder die Priester bestellte er bei der Wohnung des Herrn auf der Höhe bei Gibeon, dass sie dem Herrn täglich Brandopfer darbrächten auf dem Brandopfer Altar, am Morgen und am Abend, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, das er Israel geboten hat, und mit ihnen Heman und Jedutun und die anderen erwählten, die namentlich bestimmt waren, um dem Herrn zu danken, dass seine Güte ewiglich wehrt, mit Trompeten und hellklingenden Zimbeln und mit Seitenspiel zur Ehre Gottes. Die Söhne Jedutuns aber machte er zu Torhütern, und alles Volk zog hin, ein jeder in sein Haus, und David kehrte auch heim, sein Haus zu segnen. Kapitel 17 Es begab sich, als David in seinem Hause wohnte, sprach er zu dem Propheten Nathan, siehe, ich wohne in einem Zedernhause, und die Lade des Bundes des Herrn ist unter Zelt decken. Nathan sprach zu David, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn Gott ist mit dir. Aber in derselben Nacht kam das Wort Gottes zu Nathan, geh hin und sage meinem Knecht David, so spricht der Herr, nicht du sollst mir ein Haus bauen zur Wohnung, denn ich habe in keinem Hause gewohnt von dem Tage an, als ich Israel herausführte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung. Habe ich jemals, solange ich mit ganz Israel umherzog zu einem der Richter in Israel, denen ich gebot zu Weiden, mein Volk, ein Wort gesagt und gesprochen, warum baut ihr mir nicht ein Zedern Haus? So sprich nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr Zeber Ort, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, dass du ein Fürst über mein Volk Israel sein solltest, und ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe deine Feinde ausgerottet vor Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohnen soll, und es soll sich nicht mehr ängstigen, und die Gewalttätigen sollen es nicht mehr bedrängen wie vormals, und zu den Zeiten, als ich Richter über mein Volk Israel verordnete. Und ich will alle deine Feinde demütigen und verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn aber deine dem will ich sein Königtum bestätigen, der soll mir ein Haus bauen, und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein, und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war, sondern ich will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königtum ewiglich, dass sein Thron beständig sei, ewiglich. Und als Nathan nach all diesen Worten und diesem Gesicht mit David geredet hatte, kam der König David, ließ sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr Gott, was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Aber das war dir noch zu wenig, Gott, und du hast über das Haus deines Knechtes auch von ferner Zukunft geredet. Du hast mich schauen lassen, wie ein Mensch ein Gesicht empfängt und hast mich hoch erhöht, Herr Gott. Was kann David noch mehr zu dir sagen, da du deinen Knecht so herrlich machst? Du kennst deinen Knecht. Herr, um deines Knechtes Willen hast du nach deinem Herzen all diese großen Dinge getan, dass du kundtätest alle Herrlichkeit. Herr, keiner ist dir gleich und es ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel um dessen Willen Gott hingegangen ist, sich ein Volk zu erlösen, sich selbst einen Namen zu machen, durch große und schreckliche Dinge und Völker auszutreiben vor deinem Volk her, das du aus Ägypten erlöst dass du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, werde wahr in Ewigkeit und tu wie du geredet hast. Und dein Name werde wahr und groß ewiglich, dass man sage, der Herzebaot, der Gott Israels ist Gott in Israel und das Haus deines Knechtes David sei beständig vor dir. Denn du mein Gott hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, dass du in mein Haus bauen willst. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dass er vor dir betet. Nun Herr, du bist Gott und hast deinem Knecht dies Gute zugesagt. So fange nun an zu segnen das Haus deines Knechtes, dass es ewiglich vor dir sei. Denn was du her segnest, das ist gesegnet ewiglich. Kapitel 18 Danach schlug David die Philister und demütigte sie und nahm Gat und seine Ortschaften aus der Philister Hand. Auch schlug er die Moabiter, so dass die Moabiter David untertan wurden und Abgaben brachten. Er schlug auch Haddad Eser, den König von Zobah, bis Hamad hin, als er auszog, seine Macht aufzurichten am Euphrat Strom. Und David gewann ihm ab, tausend Wagen, siebentausend Reiter und zwanzig tausend Mann zu Fuß. Und David ließ alle Wagenpferde lähmen und behielt hundert übrig. Und die Aramäer von Damaskus kamen, Haddad Eser, dem König von Zobah, zu helfen. Aber David schlug von den Aramäern zwei und zwanzig tausend Mann und setzte Stadthalter ein im Aramäer Reich von Damaskus. Und so wurden die Aramäer David untertan und gaben ihm Tribut. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die Haddad Esers Gefolge gehabt hatte und brachte sie nach Jerusalem. Auch nahm David aus den Städten Haddad Esers, Tibhat und Kun sehr viel Kupfer. Davon machte Salomo das Kupferne Meer und die Säulen und Kupfernen Gefäße. Als Abatoi, der König von Hamad hörte, dass David die ganze Streitmacht Haddad Esers des Königs von Zoba geschlagen hatte, sandte er seinen Sohn Haddam zum König David und ließ ihn grüßen und ihm Segen wünschen, dass er mit Haddad Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte, den Toi führte Krieg mit Haddad Eser und Haddam brachte mit allerlei goldene silberne und kupferne Moabitern Ammonitern Philistern und Amalekitern Und Abisai der Sohn der Zeruja schlug die Edomiter im Salztal 18.000 Mann und David setzte Stadthalter in Edom ein, so dass alle Edomiter David unterteim waren, denn der Herr half David, wo er auch hinzog. So regierte David über ganz Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Joab der Sohn der Zeruja war über das Heer gesetzt. Josaphat der Sohn Ahiluts war Kanzler. Zadok der Sohn Ahitubs und Abimelech der Sohn Abiatas waren Priester. Schafscha war Schreiber. Benaiah der Sohn Jojadas war über die Kreter und Pläter gesetzt. Und die Söhne Davids waren die Ersten an der Seite des Königs. Kapitel 19. Und danach starb Nahasch der König der Ammoniter und sein Sohn wurde König an seiner Stadt. Da dachte David, ich will Hanun dem Sohn des Nahasch Freundschaft erweisen, denn sein Vater hat mir Freundschaft erwiesen, und sandte Boten hin, ihn zu trösten über seinen Vater. Und als die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen zu Hanun, ihn zu trösten, sprachen die Obersten der Ammoniter zu Hanun, meinst du, David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Sind seine Gesandten nicht viel mehr zu dir gekommen, um das Land zu erforschen, zu erkunden und auszuspähen? Dann nahm Hanun die Gesandten Davids und schor sie und schnitt ihre Kleider halb ab, bis an die Lenden und ließ sie gehen. Und sie gingen weg und man berichtete David über die Männer. Er aber sandte ihnen entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist, dann kommt zurück. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie bei David in Verruf gekommen waren, sandten Hanun und die Ammoniter tausend Zentner Silber, um Männer mit Streitwagen und Reiter anzuwerben in Mesopotamien, im Aramäerland von Maacha und in Zobah. Und sie warben 32.000 Männer mit Streitwagen an und den König von Maacha mit seinem Volk. Die kamen und lagerten sich vor Medeba. Und als das David hörte, sandte er Joab hin mit dem ganzen Heer der Helden. Die Ammoniter aber waren ausgezogen und stellten sich zum Kampf auf vor dem Tor der Stadt. Die Könige aber, die gekommen waren, standen für sich auf freiem Feld. Als nun Joab sah, vor und hinter ihm sich der Kampf gegen ihn richtete, erwählte er aus der ganzen jungen Mannschaft in Abisai, dass sie sich gegen die Ammoniter stellten und sprach, wenn mir die Aramäer zu stark werden, so komm mir zu Hilfe, wenn aber die Ammoniter dir zu stark werden, will ich dir helfen. Sei getrost und lass uns getrost handeln für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr tue, was ihm gefällt. Und Joab rückte vor mit dem Volk, das bei ihm war, gegen die Aramäer zu kämpfen und sie flohen vor ihm. Als aber die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen sie auch vor seinem Bruder Abisai und zogen in die Stadt. Joab aber kam nach Jerusalem. Als aber die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, sandten sie Boten hin und ließen auch die Aramäer jenseits des Stromes in den Kampf ziehen und Schobach, der Feldhauptmann Hadad Esas zog vor ihnen her. Als das David angesagt wurde, sammelte er ganz Israel und zog über den Jordan und als er an sie herankam, rüstete er sich gegen sie und David stellte sich gegen die Aramäer zum Kampf und sie kämpften mit ihnen aber die Aramäer flohen vor Israel und David vernichtete von den Aramäern siebentausend Wagen und tötete vierzigtausend Mann zu Fuß dazu tötete er Schobach den Feldhauptmann Als aber die großen Hadad Esas sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit David und wurden ihm untertan und die Aramäer wollten den Ammonitern nicht mehr helfen Kapitel 20 Und als ihn führte Joab die Heeresmacht aus und verwüstete das Land der Ammoniter und kam und belagerte Rabah David aber blieb in Jerusalem und Joab schlug Rabah und zerstörte es Und David nahm ihrem König die Krone vom Haupt und es fand sich dass sie einen Zentner Gold wog und an ihr ein Edelstein war und sie wurde auf Davids Haupt gesetzt Auch führte er aus der Stadt sehr viel Beute weg Aber das Volk darin führte er heraus und ließ sie mit Segen und eisernen Hacken und Äxten Frohendienste leisten So tat David mit allen Städten der Ammoniter Und David zog samt seinem Kriegsvolk wieder nach Jerusalem Danach erhob sich ein Krieg bei Geser mit den Philistern Damals erschlug Sibbechai der Hushatiter den Sipai der vom Geschlecht der Riesen war und sie wurden gedemütigt Und es erhob sich noch ein Krieg mit den Philistern da erschlug El Hanan der Sohn Jairz den Lachmi den Bruder Goliath den Gatiter dessen Spießschaft wie ein Weberbaum war Aber erhob sich ein Krieg bei Gat Da war ein großer Mann der hatte je sechs Finger und sechs Zehen die machten zusammen 24 und auch er war vom Geschlecht der Riesen Der sprach Israel Hohn aber Jonathan der Sohn Shimas der ein Bruder Davids war erschlug ihn Diese stammten vom Geschlecht der Riesen in Gat und fielen durch die Hand Davids und seiner Kriegs Leute Kapitel 21 Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David dass er Israel zählen ließe Und David sprach zu Joab und zu den obersten des Volkes geht hin zählt Israel von Be'er Seba bis dann und bringt mir Kunde damit ich weiß wie viel ihrer sind Joab sprach der Herr tue zu seinem Volk wie es jetzt ist hundertmal so viel hinzu Aber mein Herr und König sind sie nicht alle meinem Herrn untertan warum fragt denn mein Herr danach warum soll eine Schuld auf Israel kommen Aber des Königs Wort blieb fest gegenüber Joab Und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück und gab David die Zahl des gezählten Volkes an Es waren von ganz Israel elf mal hunderttausend Mann die das Schwert trugen und von Judah vierhundert siebzig tausend Mann die das Schwert trugen Levi aber und Benjamin zählte er nicht mit denn Joab war des Königs Wort ein Gräuel Dies alles aber missfiel Gott sehr und er schlug Israel Da sprach David zu Gott ich habe schwer gesündigt dass ich das getan habe nun aber nimm weg die Schuld deines Knechts denn ich habe sehr töricht getan und der Herr redete mit Gott dem Seher Davids und sprach geh hin rede mit David und sprich so spricht der Herr dreierlei lege ich dir vor erwähle dir eins davon dass ich es dir tue und als Gott zu David kam sprach er zu ihm so spricht der Herr erwähle dir entweder drei Jahre Hungersnot oder drei Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde dass es dich ergreife oder drei Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande das der Engel des Herrn verderben anricht dem ganzen Gebiet Israels so sieh nun zu was ich antworten soll dem der mich gesandt hat David sprach zu Gott mir ist sehr Angst doch ich will in die Hand des Herrn fallen denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß aber ich will nicht in Menschenhände fallen da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen sodass siebzig tausend Menschen aus Israel starben und Gott sandte den Engel nach Jerusalem es zu verderben aber während des Verderbens sah der Herr darein und es reute ihn das Übel und er sprach Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Ornans des Jebusiters und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn stehen zwischen Himmel und Erde und ein bloßes Schwert in seiner Hand ausgestreckt über Jerusalem da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz und David sprach zu Gott bin ich's nicht der das Volk zählen ließ ich mein Gott lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein und nicht gegen dein Volk ist zu plagen und der Engel des Herrn sprach zu Gatt er solle David sagen dass David hinauf gehe und dem Herrn einen Altar aufrichte auf der Tenne Ornans des Jebusiters da ging David hinauf nach dem Wort Gatt dass dieser geredet hatte ihm des Herrn Namen Ornan aber wandte sich um und sah den Engel und versteckte sich und seine vier Söhne mit ihm Ornan aber drosch weizen als nun David zu Ornan kam sah Ornan auf und wart David gewahr und er ging von der Tenne weg und fiel vor David zur Erde nieder auf sein Antlitz und David sprach zu Ornan gib mir den Platz der Tenne dass ich dem Herrn einen Altar darauf baue Ornan aber sprach zu David nimm ihn dir und mache mein Herr und König wie es dir gefällt sie ich gebe die Rinder zum Brandopfer und die Dresch Schlitten als Brennholz und Weizen zum Speisopfer das alles gebe ich aber der König David sprach zu Ornan nicht doch sondern für den vollen Preis will ich es kaufen denn ich will nicht was dein ist für den Herrn nehmen und will es nicht umsonst zum Brandopfer haben so gab David dem Ornan für den Platz Gold im Gewicht von 600 Lot und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer und als er den Herrn anrief erhörte er ihn durch das Feuer das vom Himmel fiel auf den Altar mit dem Opfer und der Herr gebot dem Engel dass er sein Schwert in seine Scheide stecke damals als David sah dass ihn der Herr erhört hatte auf der Tänne Ornans des Jebusiters und der dort Opfer darbrachte aber die Wohnung des Herrn die Mose in der Wüste gemacht hatte und der Brandopfer Altar waren zu der Zeit auf der Höhe bei Gibion David aber konnte nicht hingehen und vor ihn treten um Gott zu befragen so erschrocken war er vor dem Schwert des Engels des Herrn Kapitel 22 da sprach David hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar für die Brandopfer Israels und David ließ die Fremdlinge versammeln die im Land Israel waren und bestellte Steinmetzen Steine zu hauen um das Haus Gottes zu bauen und David schaffte viel Eisen herbei zu Nägeln für die Türen der Tore und zu Klammern und so viel Kupfer dass es nicht zu wiegen war auch Zedern Holz ohne Zahl denn die von Sidon und Tyrus brachten viel Zedern Holz zu David denn David dachte mein Sohn Salomo ist noch jung und zart das Haus aber das dem Herrn gebaut werden soll soll groß sein dass sein Name und Ruhm erhoben und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm dem Herrn dem Gott Israel sein Haus zu bauen und sprach zu ihm mein Sohn ich hatte im Sinn dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus zu bauen aber das Wort des Herrn kam zu mir du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast siehe der Sohn der dir geboren werden soll der wird ein Mann der Ruhe sein denn ich will ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden rings umher er soll Salomo heißen denn ich will Israel Frieden und Ruhe geben solange er lebt der soll meinem Namen ein Haus bauen er soll mein Sohn sein und ich will sein Vater sein und ich will seinen königlichen Thron über Israel bestätigen ewiglich so wird nun mein Sohn der Herr mit dir sein und es wird dir gelingen dass du dem Herrn deinem Gott ein Haus baust wie er von dir gesagt hat auch wird der Herr dir geben Klugheit und Verstand und wird dich bestellen über Israel dass du haltest das Gesetz des Herrn deines Gottes dann aber wird es dir gelingen wenn du die Gebote und Rechte befolgst die der Herr dem Mose für Israel gegeben hat sei getrost und unverzagt fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken siehe ich habe in meiner Mühsal herbeigeschafft für das Haus des Herrn hunderttausend Zentner Gold und tausend mal tausend Zentner Silber dazu Kupfer und Eisen das nicht zu wiegen ist denn es ist zu viel auch Holz und Steine habe ich herbeigeschafft davon kannst du noch mehr anschaffen auch hast du viel Arbeiter Steinmetzen und Leute die in Stein und Holz arbeiten und allerlei Meister für jede Arbeit in Gold Silber Kupfer und Eisen ohne Zahl so mache dich auf und richte es aus der Herr wird mit dir sein und David gebot allen oberen Israels seinem Sohn Salomo zu helfen ist nicht der Herr euer Gott mit euch und hat euch Ruhe gegeben ringsum her denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben und das Land ist unterworfen dem Herrn und seinem Volk so richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf den Herrn euren Gott zu suchen und macht euch auf und baut Gott dem Herrn ein Heiligtum dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe das dem Namen des Herrn gebaut werden soll Kapitel 23 Als David alt und lebenssatt war machte er seinen Sohn Salomo zum König über Israel und versammelte alle oberen Israels und die Priester und Leviten und man zählte die Leviten von 30 Jahren an und darüber und die Zahl der Männer nach Köpfen abgezählt betrug 38.000 Von diesen wurden 24.000 für die Arbeit am Hause des Herrn verordnet und 6.000 zu Amtleuten und Richtern und 4.000 zu Torhütern und 4.000 zu Sängern des Herrn mit den Instrumenten die David zum Lobgesang hatte machen lassen Und David teilte sie in Ordnungen ein nach den Söhnen Levis Gerson Kehat und Merari Die Gersoniter waren Ladan und Simei Die Söhne Ladans Jehiel der Erste Ferner Setam und Joel diese Drei Söhne Simeis waren Shilomit Haziel Laran diese Drei Diese waren die Häupte der Sippen von Laran Simeis Söhne waren Jahat Sisa Jehush und Beria Diese vier waren Simeis Söhne Jahat aber war der Erste Sisa der Zweite Aber Jehush und Beria hatten nicht viele Söhne Darum galten sie als eine Sippe eine Dienstgruppe Die Söhne Kehats waren Amram Jitz Sar Hebron und Usiel diese vier Die Söhne Amrams waren Aaron und Mose Aaron aber wurde ausgesondert dass er Heilige das Hochheilige er und seine Söhne für alle Zeiten zu opfern vor dem Herrn und ihm zu dienen und zu segnen im Namen des Herrn für alle Zeiten Aber die Söhne des Mose des Mannes Gottes wurden gerechnet zum Stamm der Leviten Die Söhne des Mose waren Gershom und Eliezer Der Sohn Gershoms Schubael der Erste Der Sohn Eliezers Rehabia der Erste Und Eliezer hatte keine anderen Söhne Aber die Söhne Rehabias waren überaus viele Der Sohn Jethas war Shelomit der Erste Die Söhne Hebrons waren Jeriah der Erste Amaya der Zweite Sohn Jahaziel der Dritte und Jekamam der Vierte Die Söhne Uziels waren Micha der Erste und Jeschia der Zweite Sohn Die Söhne Meraris waren Machli und Muschi Die Söhne Machlis waren Eleazar und Kis Eleazar aber starb und hatte keine Söhne sondern nur Töchter und die Söhne des Kis ihre Vettern nahmen sie zu Frauen Die Söhne Muschis waren Machli Eder und Jeremoth diese drei Das sind die Söhne Levi nach ihren Sippen nämlich die Häupter der Sippen gemustert und Mann für Mann nach den Namen aufgezählt die das Amt im Hause des Herrn verrichteten von 20 Jahren an und darüber Denn David So brauchten auch die Söhne Levi die Wohnung nicht mehr zu tragen mit allem Gerät für ihren Dienst Denn nach den späteren Ordnungen Davids wurden die Leviten gezählt von 20 Jahren an und darüber sondern sie sollten stehen zur Seite der Söhne Aaron zum Dienst im Hause des Herrn in den Vorhöfen und Kammern und zur Reinigung alles Heiligen und zu allem Dienst im Hause ungesäuerten Pfladen für die Pfanne fürs Rösten und für alles Gewicht und Maß und an jedem Morgen sollten sie stehen den Herrn zu loben und ihm zu danken und ebenso an jedem Abend und alle Brandopfer dem Herrn zu opfern an den Sabbaten Neumonden und Festen nach der vorgeschriebenen Zahl täglich vor dem Herrn So sollten sie den Dienst versehen an der Stiftshütte am Heiligtum sowie den Söhnen Aaron ihren Brüdern damit zu dienen im Hause des Herrn Kapitel 24 Dies waren die Ordnungen der Söhne Aaron Die Söhne Aarons waren Nadab Abihu Eleazar und Itamar Aber Nadab und Abihu starben vor ihrem Vater und hatten keine Söhne Und Eleazar und Itamar wurden Priester Und David zusammen mit Zadok von den Söhnen Eleazar und mit Ahimelech von den Söhnen Itamar teilte sie ein nach ihrer Dienstgruppe und ihrem Amt Und es fand sich bei den Söhnen Eleazar eine größere Zahl an Männern als bei den Söhnen Itamar Und sie teilten sie ein Von den Söhnen Eleazar 16 Sippen Häupter und von den Söhnen Itamar 8 Sippen Häupter Und sie teilten sie beide durchs Los Denn es waren oberste Gott unter den Söhnen Eleazar und unter den Söhnen Itamar Und der Schreiber Shemaya der Sohn Nathanaels ein Levit schrieb sie auf vor dem König und vor den Oberen und vor dem Priester Tzadok und vor Ahimelech dem Sohn Abiathas und vor den Sippen Häuptern der Priester und Leviten nämlich je zwei Sippen für Eleazar und eine für Itamar Und das erste Los fiel auf Jojarib das zweite auf Jedaya das dritte auf Harim das vierte auf Seorim das fünfte auf Malkia das sechste auf Mijamin das siebente auf Hakotz das achte auf Abia das neunte auf Jeschua das zehnte auf Schechanja das elfte auf El Yashib das zwölfte auf Jakim das dreizehnte auf Hupa das vierzehnte auf Jeschebab das fünfzehnte auf Bilga das sechzehnte auf Immer das siebzehnte auf Hesir das achtzehnte auf Hapiziz das neunzehnte auf Petachia das zwanzigste auf Jeheskel das einundzwanzigste auf Yachin das zweiundzwanzigste auf Gamul das dreihundzwanzigste auf Delaja das vierundzwanzigste auf Maasja das sind ihre Dienstgruppen nach ihrem Amt in das Haus des Herrn zu gehen nach der Vorschrift die ihnen ihr Vater Aaron gegeben hat wie ihm der Herr der Gott Israels geboten hatte Von Von den von den Söhnen 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 David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst die Söhne Asafs Hemans und Jedutuns prophetische Männer die auf Harfen Psaltern und Zimbeln spielen sollten und es war die Zahl derer die Dienst hatten in ihrem Amt von den Söhnen Asafs Sakur Josef Netanjah Azarela Söhne Asafs unter der Leitung Asafs der als prophetischer Mann nach Anweisung des Königs spielte Von Jedutun Jedutuns Söhne Gedalja Zeri Jesaja Haschabja Matetja Simei diese sechs unter der Leitung ihres Vaters Jedutun der als prophetischer Mann auf der Harfe spielte dem Herrn zu danken und ihn zu loben Von Heman Heman Söhne Bukia Matanjah Uziel Shubail Jerimoth Hanania Hanani Eliata Gidalti Romamti Eser Jospecasa Maloti Potir und Mahasiot Diese alle waren Söhne Heman des Seers des Königs nach der Zusage Gottes sein Haupt zu erhöhen Denn Gott hatte Heman 14 Söhne und drei Töchter gegeben Diese alle sangen unter der Leitung ihrer Väter Asaf Jedutun und Heman im Hause des Herrn mit Zimbeln Zaltan Zaltan und Hörfen für den Dienst im Hause Gottes nach Anweisung des Königs Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern die im Gesang des Herrn geübt waren allesamt Meister 288 Und sie warfen das Los um ihre Ämter für den Jüngeren wie für den Älteren für den Meister wie für den Schüler Und das erste Los fiel unter Asaf auf Josef Das zweite auf Gedalja samt seinen Brüdern und Söhnen ihrer waren zwölf Das dritte auf Sakur samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf Das vierte auf Ceri samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf Das fünfte auf Netanjah samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf Das achte auf Jesaja samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf Das neunte auf Matanja samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf Das zehnte auf Simei samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf. Das elfte auf Azarel samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf. Das zwölfte auf Haschabja samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf. Das dreizehnte auf Schubael samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf. Das vierzehnte auf Matitja samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf. Das fünfzehnte auf Jeremoth samt seinen Söhnen und Brüdern, ihre waren zwölf. Das sechzehnte auf Hanania samt seinen Söhnen und Brüdern, ihre waren zwölf. Das siebzehnte auf Joschbekasa samt seinen Söhnen und Brüdern, ihre waren zwölf. Das achtzehnte auf Hanani samt seinen Söhnen und Brüdern, ihre waren zwölf. Das neunzehnte auf Maloti samt seinen Söhnen und Brüdern, ihre waren zwölf. Das zwanzigste auf Eliata samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf. Das 21. auf Hothir samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf. Das 22. auf Gidalti samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf. Das 23. auf Mahasiot samt seinen Söhnen und Brüdern ihrer waren zwölf. Das 24. Kapitel 26 Von den Ordnungen der Torhüter Von den Korahitern Meshelemia, der Sohn des Koreh, von den Söhnen Asafs. Die Söhne Meshelemias waren diese. Der erstgeborene Zachariah, der zweite Sohn Jediael, der dritte Sebatia, der vierte Jadniel, der fünfte Elam, der sechste Johannan, der siebente Elioinai. Die Söhne Obed-Edoms waren diese. Der erstgeborene Shemaiah, der zweite Sohn Josabat, der dritte Joach, der vierte Sacha, der fünfte Nathanael, der sechste Amiel, der siebente Issachar, der achte Peguletai. Denn Gott hatte ihn gesegnet. Und seinem Sohn Shemaiah wurden auch Söhne geboren, die in ihren Sippen herrschten, denn es waren angesehene Männer. Die Söhne Shemaiahs waren Otni, Raphael, Obed und El-Sabbat und seine Brüder, angesehene Männer, Elihu und Samachia. Diese alle gehörten zu den Söhnen Obed-Edoms. Sie samt ihren Söhnen und Brüdern, angesehene Männer, geschickt zu Ämtern, waren 62 von Obed-Edom. Meshelemias Söhne und Brüder, angesehene Männer, waren 18. Die Söhne Hosas, der zu den Söhnen Merari gehörte, waren der erste Shimri, denn der Erstgeborene war nicht mehr da, daher machte ihn sein Vater zum Ersten, der zweite Sohn Hilkiah, der dritte Tebalja, der vierte Sacharja. Alle Söhne und Brüder Hosas waren 13. Diesen, den Ordnungen der Torhüter, fiel nach der Zahl der Männer das Amt zu, wie ihren Brüdern, zu dienen im Hause des Herrn. Und das Los wurde geworfen für die Kleinen wie für die großen Sippen über ein jedes Tor. Das Los für den Osten fiel auf Meshelemia. Auch für seinen Sohn Sacharja, der ein kluger Ratgeber war, warf man das Los, und es fiel für ihn auf den Norden. Für Obed-Edom aber auf den Süden und für seine Söhne auf das Vorratshaus. Für Schuppim und Hose auf den Westen, beim Tor Schalechet, wo die Straße hinaufgeht. Jede Wache umfasste, im Osten für den Tag 6, im Norden für den Tag 4, im Süden für den Tag 4, beim Vorratshause aber je 2, am Parbar aber im Westen 4 an der Straße und 2 am Parbar selbst. Dies sind die Ordnungen der Torhüter aus den Korahitern und den Meraritern. Von den Leviten, ihren Brüdern, die über die Schätze des Hauses Gottes gesetzt waren und über die Schätze, die geheiligt wurden, waren da, die Söhne Ladern, die Nachkommen des Gersoniters Ladern. Sie waren Häupter der Sippen der Jehieliter. Die Söhne der Jehieliter, Setam und sein Bruder Joel, waren über die Schätze des Hauses des Herrn gesetzt. Von den Amramitern, Jitzharitern, Hebronitern und Uzielitern war Schubael, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose, Vorsteher der Schätze. Sein Bruder Eliezer hatte einen Sohn Rehapia, dessen Sohn war Jesaja, dessen Sohn war Joram, dessen Sohn war Sichri, dessen Sohn war Shelomit. Dieser Shelomit und seine Brüder waren gesetzt über alle Schätze der geheiligten Gaben, die geheiligt hatten, der König David und die Häupter der Sippen, die obersten über tausend und über hundert und die obersten im Heer. Aus der Kriegsbeute hatten sie es geheiligt, um das Haus des Herrn zu errichten. Auch alles, was Samuel, der Seher, und Saul, der Sohn des Kis, und Abner, der Sohn des Neer, und Joab, der Sohn des Zeruja, geheiligt hatten, alle diese geheiligten Gaben waren unter der Hand Shelomit und seiner Brüder. Von den Jitzharitern waren Kenania und seine Söhne draußen in Israel zum Dienst als Amtleute und Richter bestellt. Von den Hebronitern waren Haschabja und seine Brüder, angesehene Männer, tausend siebenhundert zur Verwaltung Israels westlich des Jordan bestellt, für alle Geschäfte des Herrn und zum Dienst des Königs. Von den Hebronitern bestellte David auch Jeriah, den ersten, unter den Nachkommen Hebrons wurden in seinen Geschlechtern vierzigsten Jahr der Herrschaft Davids angesehene Männer gesucht und gefunden zu Jazer in Gilead, und seine Brüder, angesehene Männer, zweitausend siebenhundert, Häupter der Sippen über die Rubeniter, Garditer und den halben Stamm Manasse zu allem Dienst Gottes und des Königs. Kapitel 27 Dies sind die Söhne Israel nach ihrer Zahl, die Häupter der Sippen und die Obersten über tausend und über hundert, und die Amtleute, die dem König dienten. Von allen Ordnungen, die ab und zu zogen, jeden Monat eine, in allen Monaten des Jahres, hatte jede vierundzwanzigtausend. Über die erste Ordnung für den ersten Monat war gesetzt Jaschobam, der Sohn Sabdiels, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Er war von den Söhnen Peretz und war der erste aller Hauptleute des Heeres im ersten Monat. Über die Ordnung des zweiten Monats war gesetzt Dodai, der Ahoachiter, und Mikloth war der Vorsteher seiner Ordnung, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Der dritte Feldhauptmann für den dritten Monat war Benaja, der Sohn des Hohen Priesters Jojada, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Das ist der Benaja, der Held der dreißig und über die dreißig, und seine Ordnung war unter seinem Sohn Amisabat. Der vierte für den vierten Monat war Asahel, Joabs Bruder, und nach ihm sein Sohn Sebatia, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Der fünfte für den fünften Monat war Shamhut, der Yisrachiter, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Der sechste für den sechsten Monat war Ira, der Sohn des Ikesch aus Tekoa, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Der siebente für den siebenten Monat war Heletz, der Pele-Titer, aus dem Stamm Ephraim, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Der achte für den achten Monat war Sibechai, der Huschatiter, aus den Serachitern, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Der neunte für den neunten Monat war Abi-Eser, der Anatotiter, aus dem Stamm Benjamin, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Der zehnte für den zehnten Monat war Machrei, der Netophatiter, aus den Serachitern, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Der elfte für den elften Monat war Benaiah, der Piratoniter, von den Söhnen Ephraim, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Der zwölfte für den zwölften Monat war Heldai, der Netophatiter von den Nachkommen Othniels, und in seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. Über die Stämme Israels waren diese gesetzt. Bei den Rubenitern war Fürst Eliezer, der Sohn Sichris. Bei den Simeonitern Shephatia, der Sohn Maachas. Bei den Leviten Haschabja, der Sohn Kimuels. Bei den Aronitern Tzadok. Bei Judah Elihu, einer der Brüder Davids. Bei Issachar Omri, der Sohn Michaels. Bei Sebulon Yishmaja, der Sohn Obatias. Bei Naftali Jeremoth, der Sohn Asriels. Bei den Söhnen Ephraim Hosea, der Sohn Asasias. Beim halben Stamm Manasse Joel, der Sohn Pedaias. Beim halben Stamm Manasse in Gilead, Ido, der Sohn Zacharias. Bei Benjamin Jaaziel, der Sohn Abners. Bei Dan Azariel, der Sohn Jerohams. Das sind die Fürsten der Stämme Israels. Aber David nahm die Zahl derer nicht auf, die zwanzig Jahre und darunter waren. Denn der Herr hatte zugesagt, Israel zu mehren wie die Sterne am Himmel. Joab, der Sohn der Zeruja, hatte angefangen zu zählen, aber er vollendete es nicht, denn deswegen kam ein Zorn über Israel. Darum kam die Zahl nicht in die Chronik des Königs David. Über die Vorräte des Königs war gesetzt Asmavit, der Sohn Adiels. Und über die Vorräte auf dem Lande, in den Städten, Dörfern und Türmen, war gesetzt Jonathan, der Sohn Usias. Über die Ackerleute, die das Land bebauten, war gesetzt Esri, der Sohn Kelubs. Über die Weinberge Simei, der Ramatiter. Über die Vorräte an Wein in den Weinbergen Sabdi, der Schiffmieter. Über die Ölbäume und Maulbeerbäume im Hügelland Baalhanan, der Gederiter. Über die Ölvorräte Joas. Über die Rinder in der Saron-Ebene, Schitrei, der Saroniter. Aber über die Rinder in den Tälern Schaffat, der Sohn Adlais. Über die Kamele Obil, der Ismailiter. Über die Esel Jechteia, der Meronotiter. Über die Schafe, Jasis, der Hagariter. Diese alle waren Vorsteher über die Güter des Königs David. Jonathan aber, Davids Oheim, war Ratgeber, ein verständiger und schriftkundiger Mann. Und Jeheel, der Sohn Hachmonis, war bei den Söhnen des Königs. Ahitophel war auch Ratgeber des Königs. Huschai, der Akita, war des Königs Freund. Nach Ahitophel waren es Jojada, der Sohn Benayas und Abiathar. Joab aber war Feldhauptmann des Königs. Kapitel 28 Und David versammelte nach Jerusalem alle oberen Israels, nämlich die Fürsten der Stämme, die obersten über die Ordnungen, die dem König dienten, die obersten über tausend und über hundert, die Vorsteher über die Güter und Herden des Königs und seiner Söhne, sowie die Kämmerer, die Helden und alle angesehenen Männer. Und der König David stand auf und sprach, Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes und hatte mich angeschickt, es zu bauen. Aber Gott ließ mir sagen, nicht du sollst meinem Namen ein Haus bauen, du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Nun hat der Herr, der Gott Israels, mich erwählt aus meines Vaters ganzem Hause, dass ich König über Israel sein sollte, immer da. Denn er hat Judah erwählt zum Fürsten und im Stamm Judah meines Vaters Haus, und unter meines Vaters Söhnen hat er an mir gefallen gehabt, dass er mich zum König machte über ganz Israel. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er sitzen soll auf dem Thron des Königtums des Herrn über Israel. Und er hat zu mir gesagt, Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen. Denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn, und ich will sein Vater sein, und will sein Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält, zu tun nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute geschieht. Nun denn, vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, haltet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt und auch eure Kinder nach euch für alle Zeiten vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und richte es aus. Und David gab seinem Sohn Salomo einen Entwurf für die Vorhalle des Tempels und für seinen Bau. seine Gemächer und Obergemächer und inneren Kammern und für den Raum des Gnadenthrones. Dazu Entwürfe für alles, was ihm durch den Geist in den Sinn gekommen war. Für die Vorhöfe am Hause des Herrn und alle Gemächer ringsum, bestimmt für die Schätze im Hause Gottes und für die Schätze der geheiligten Gaben und für die Ordnungen der Priester und Leviten und für alle Geschäfte und Geräte des Dienstes im Hause des Herrn. Und er setzte fest das Goldgewicht für alle Geräte, je nach ihrem Zweck und alles Silbergewicht für alle Geräte, je nach ihrem Zweck. Und das Gewicht für die goldenen Leuchter und goldenen Lampen, für jeden Leuchter und seine Lampen sein Gewicht, auch für die silbernen Leuchter, für jeden Leuchter und seine Lampen, nach dem Zweck eines jeden Leuchters. Auch setzte er das Goldgewicht fest für die Tische der Schaubrote, für jeden Tisch sein Gewicht. Ebenso auch das des Silbers für die silbernen Tische und für die Gabeln, Becken und Kannen von lauterem Gold und für die goldenen Becher, für jeden Becher sein Gewicht und für die silbernen Becher, für jeden Becher sein Gewicht und für den Räucheraltar vom allerlautesten Gold sein Gewicht. Auch gab er einen Entwurf des Thronwagens mit den goldenen Cherubim, die sich ausbreiteten und oben die Lade des Bundes des Herrn bedeckten. Das alles steht in einer Schrift, gegeben von der Hand des Herrn, der mich unterwies über alle Werke des Entwurfes. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo, sei getrost und unverzagt und richte es aus. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Siehe, da sind die Ordnungen der Priester und Leviten zu jedem Dienst im Hause Gottes. Auch hast du zu jedem Werk Leute, die willig und weise sind, zu jedem Dienst, dazu auch die Fürsten und alles Volk zu allem, was du tun wirst. Kapitel 29 Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde, Gott hat Salomo einen meiner Söhne erwählt, der noch jung und zart ist. Das Werk aber ist groß, denn es ist nicht die Wohnung eines Menschen, sondern Gottes des Herrn. Ich aber habe aus allen meinen Kräften herbeigeschafft zum Hause Gottes Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Kupfer zu kupfernem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und bunte Steine und mancherlei Edelsteine und Marmorsteine die Menge. Aus Wohlgefallen am Hause meines Gottes aber, und da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das Haus meines Gottes außer allem, was ich schon zum Heiligen Hause beschafft habe, dreitausend Zentner O4 Gold und siebentausend Zentner lauteres Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen. Das Golden werde, was golden, und silbern, was silbern sein soll. Und zu allem Werk durch die Hand der Werkmeister. Und wer ist nun willig, heute seine Hand mit einer Gabe für den Herrn zu füllen? Da waren die Häupter der Sippen, die Fürsten der Stämme Israels, die Obersten über tausend und über hundert, und die Vorsteher über des Königs Besitzungen willig, und sie gaben zur Arbeit am Hause Gottes fünftausend Zentner Gold und zehntausend Gulden und zehntausend Zentner Silber, achtzehntausend Zentner Kupfer und hunderttausend Zentner Eisen. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Jehiels des Gersoniters. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben's dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Und der König David war hoch erfreut, und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, Gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich, und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen, denn was bin ich? Was ist mein Volk, das wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Herr, unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen, es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst, und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, unserer Väter, bewahre für immer solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen auf dich. Und meinem Sohn Salomo gib ein rechtschaffenes Herz, dass er halte deine Gebote, Ordnungen und Rechte und dass er alles ausführe und diese Wohnung baue, die ich vorbereitet habe. Und David sprach zur ganzen Gemeinde, lobet den Herrn, euren Gott. Und die ganze Gemeinde lobte den Herrn, den Gott ihrer Väter und sie neigten sich und fielen nieder vor dem Herrn und vor dem König und opferten dem Herrn Schlachtopfer. Und am anderen Morgen opferten sie dem Herrn Brandopfer, tausend junge Stiere, tausend Widder, tausend Lämmer und ihre Trankopfer sowie Schlachtopfer in Menge für ganz Israel. Und sie aßen und tranken am selben Tage vor dem Herrn mit großen Freuden und machten zum zweiten Mal Salomo den Sohn Davids zum König und salbten ihn dem Herrn zum Fürsten und Zadok zum Priester. So setzte sich Salomo auf den Thron des Herrn als König an seines Vaters David statt und fand Anerkennung. Und ganz Israel wurde ihm gehorsam. Und alle Obersten und Helden, auch alle Söhne des Königs David stellten sich unter den König Salomo. Und der Herr machte Salomo immer größer vor ganz Israel und gab ihm ein herrliches Königreich, wie es keiner vor ihm über Israel gehabt hatte. So ist nun David, der Sohn Isais, König gewesen über ganz Israel. Die Zeit aber, die er König über Israel gewesen ist, ist 40 Jahre. Zu Hebron regierte er sieben Jahre und zu Jerusalem 33 Jahre. Und er starb in gutem Alter, satt an Leben, Reichtum und Ehre. Und sein Sohn Salomo wurde König an seiner Stadt. Die Geschichte aber des Königs David, die frühere und die spätere, siehe, die steht geschrieben in der Geschichte Samuels des Seers und in der Geschichte des Propheten Nathan und in der Geschichte Gats des Seers, dazu auch seine Regierung und seine tapferen Taten sowie die Geschehnisse, die über ihn und Israel und über die Königreiche in allen Landen dahin gegangen sind. Und das ist